Tja, das ist ganz schön kuschelig hier, ne? Ich hab nicht allzu viel. Aber wenn die Sonne einmal rum ist, dann wird die Welt größer. Und das 100 Tage lang. Ja, äh, puh. Mach ich denn jetzt? Auf jeden Fall nicht springen. Wir probieren einfach mal. Hallo? Oh. Ja, hier ist Ende, ne? Äh, warte mal, wir können ja, wir können... Das ist so geil, wenn man sich alles unter und hinter bauen muss. Juhu, Steinzeit, Alter. Und jetzt wieder aufbauen. Oh, nö, ey. Ah, ja. Ich hoffe, die Welt wird schnell größer. Wenn gleich der letzte Stein kommt und ich aus der Welt falle, dann hab ich halt echt gelitten. Okay, kommt noch ein bisschen was. Jo. Bedrock. Und was hat mir das jetzt gebracht? Kein Eisen, keine Kohle. Ah, äh. Warten wir mal auf Tag 2 und gucken mal, was passiert. Äh, increasing wall size. Ja, geil, das ist jetzt... Hallo? Hallo? Äh. Ja, aber das ist schon mal Eisen. Pass auf, aber breiter ist es nicht, ne? Das heißt, ich kann es einfach wieder hochbauen und mir das rausbauen, was ich brauche. Das ist schon mal gut. Los geht's! Ja, Eisen. Warum ist denn hier ein Loch? Wird hier mal eine Höhle generiert? Kann das sein, dass mit den nächsten Abschnitten da eine Höhle hinkommt? Das sieht so aus. Aber hier Eisen. Oh, okay, jetzt habe ich hier oben Werkbank. Dann lass doch mal ein paar Stufen machen. In der Hoffnung, dass wir hier Gras bekommen. Bitte gib mir Samen. Komm. No! Wie viel Pech kann man denn haben? Oh Mann, ey, so ein Mist. Hier sollte eigentlich jetzt der Sponsor dieses Videos kommen. Und ich habe leider keinen. Das ist nicht gut. Da kommst du ins Spiel. Du fragst dich, wieso? Na, das ist doch ganz einfach. Werd doch einfach Kanalmitglied. Damit hilfst du mir in Zukunft, weiter solche Videos zu machen. Und ein kleiner Teil geht an gute Organisationen wie der Tierschutzbund. Na, wenn das mal kein Grund ist. Also los, Kanalmitglied. Ich habe das Gefühl, den Himmel stachen wird hier noch länger so ein Ding. Tada! So, ein paar Blätter. Und vielleicht ein bisschen Gras. Also, Samen. Hallo? Gib mir ein Setzling, komm. Einen. Ein Apfel, ich will... Jetzt mach mich nicht fertig. Ach, Mann. Das kann nicht wahr sein, ey. Nö. Ey, das ist doch ein Mobbing-Spiel. Echt jetzt? Juh, noch mehr Eisen. Na, immerhin etwas. Ich meine, immerhin habe ich jetzt ein bisschen platt. Und wir könnten vielleicht mal ein bisschen aufräumen und Stein besorgen. Und dann kriegen wir einen Ofen hin. Auch wenn wir kein Brennmaterial haben. Aber warte mal. Wenn die Welt doch um uns immer so generiert wird, dann machen wir jetzt quasi unsere Underground Starterbase. Ich bin ein Planungsgenie. Hilfe. Aua. Aua, aua, aua. Gut, dass ich am PC geblieben bin. Da. Ja. So sieht das hier aus, ja. Das ist meine 3 Meter Welt. Geh weg. Gib mir was Welt. Etwas, womit ich arbeiten kann. Ech. Kein Holz. Keine Sätze. Oh, 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 oh. Ah, komm. Wow. Ho, ho. Ein Samen. Ich werde verrückt. Einer. Das muss auch reichen hier. Dann wird hier auch gleich mal angepflanzt. So. Hobbygärtner. Da unten ist Wasser. Okay. Ich könnte jetzt einfach runterspringen. Okay, so viel dazu. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Haha. Alter Schwede. Also hier ist Kupfer. Bis zum Abwinken. Bringt mir alles nichts ohne ein bisschen Kohle oder Holz. Oh, da unten ist Eisen. Machen wir unsere erste Höhlen-Tour. Willkommen in der Höhle. Und Höhle zu Ende. Aber Eisen. Jetzt bräuchten wir nur noch ein bisschen Kohle. Die finden wir aber hier unten, glaube ich, gar nicht. Ich meine, da habe ich was zu tun. Ist halt wie beim Arbeitsamt hier. Aber wir machen jetzt mal so einen phantomsicheren Kasten hier. Dann können wir wieder rausgucken. In den wunderschönen Himmel. Und Baum. Und Lava. Oh. Oh, ganz schön viel. Hoffentlich endlich Setzlinge. So. Und jetzt, äh, bitte Setzlinge. Komm. Ein Setzling. Ich werde verrückt. Ich kann... Oh, ich... Oh Gott. Ich kann endlich anfangen, was zu tun. Erstmal snacken hier. Oh, noch ein Setzling. Ich werde verrückt. Aber jetzt ist hier so viel entstanden. Müssen wir mal gucken, ob hier irgendwo... Irgendwas ist da... Äh, Kupfer. Also jetzt aber hier. Schön mit Eichenholzbretter brutzeln. Vielleicht sollte ich das Loch hier mal zumachen, ne? Warum ist das hier noch? Das ist ja lebensgefährlich. Bin ich hier krank, oder was? Jetzt Eichenspitzhacke. Und dann können wir endlich mal gucken gehen, was da unten so abgeht. Aber vielleicht sollte ich erstmal dafür sorgen, dass die Lava hier nicht runterfällt. Die Bäume müssen wachsen. Vielleicht sollte ich mal so einen Regentanz machen. Uga, 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 Uga. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon über eine Stunde auf den paar Blöcken verbracht. Und ja, ich war einsam. Also ignoriert einfach den Regentanz, Lars. Das wird noch schlimmer. Ihr könnt das jetzt so lange machen, bis der Baum wächst und sagen... Oh, hat funktioniert. Baum gewachsen? Baum? Dieses Kaninchen-Gesicht auf der Werkbank ist mein einziger Freund. Ich bin ganz alleine. Nur dieses Gesicht. Ähm. Äh. Äh. Ähm. Könnte ich mal... Aha, da unten war ein Creeper. Okay, gut. Ah, hallo Welt. Oh, eine schöne Schwarz-Eiche ist auch schön. Aber lass jetzt mal gucken, was gibt's Neues? Hier, Schubsen. Neue olympische Disziplin. Reiner mit dir. Cool. Ja, ja, super. So. Hab ich die schon mal. So, die Insel ist gerodet. Jetzt machen wir hier mal überall Fackeln hin. Äh. 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 Wo kommst du denn her? Oh. 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 Okay. Ich muss das Loch wieder zumachen. Das geht so nicht. Ja, können... Ach, der hängt da fest. Und ich denke, die ganze Zeit ist es noch Nacht. Irgendwo Schafe, dass ich schlafen kann. Irgendwo Schafe. Ich will Schafe. Aber ich glaube, hier auf diese Ebene werden wir unser Haus bauen. Das finde ich ganz gut. Damit müssen wir mal anfangen, dass wir endlich mal eine ordentliche Überhausung zusammenbekommen hier. Dann mache ich erstmal den Weg nach oben wieder zu. Weil wir wissen nicht, ob irgendwas von oben hinterher gekrabbelt kommt. Und... Okay. Skelett. Änder, Männer. Uncool. Wenn die mich anschießen, bin ich halt echt weg, ne? Wir machen das anders. Einmal zugezogen. Jetzt kann ich mir das Wasser klauen. Habe ich den einmal mitgenommen? Natürlich nicht. Jetzt aber Operation Wasser besorgen. Ich höre hier einen Huhn. Irgendwo da. Ich weiß nicht. Juhu. Ich höre Wasser. Yes. Oh, ein Zombie. Mist. Ich habe nicht ausgeleuchtet. Ich bin der weltbeste Hardcore-Spieler. Geh weg. Aber vielleicht kriege ich da was zu essen. Auch wenn es stinkt. Oh, unten Eisen. Und Phantome, 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 Phantome. Aua, 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 aua. Hört auf, hört auf, hört auf, hört auf, hört auf. So. Tschüss. Gar kein Bock drauf. Hast du Operation Wasser geglückt, oder? Die Welt wird wieder größer. Juhu. Aber erstmal müssen wir hier hinten aufräumen, bevor wir gucken, was Neues. Tschüss. Geh weg. Und eine Spinne habe ich gesehen. Oh. Ho, ho, ho. Ho. Wo kam der denn her? Tag des Aufräumens. Ist heute angesagt. Loch zumachen. Oh. Oh. Ich kann mir ein Bett machen. ein Bett. Oder wir bauen unser Haus hier. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo die Ebene kommt. Also, weißt du, es sieht so aus, als könnten wir hier... Wir warten noch eine Nacht ab und gucken, wie sich die Welt erweitert, bevor wir anfangen, unser Haus zu bauen. So. So sieht es eigentlich am Ende des ersten Minecraft-Tages aus. Ah, geil. Endlich. So, jetzt müssen wir die Tiere zusammen pferchen. Ja, komm rein, Kuh. Komm. Nein. Komm, komm, komm. Na, jetzt habe ich die echt gefüttert. Ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst. Ich wollte... Ich wollte das Tor zu machen. So, das Feld steht schon mal. Ist ja schon mal ein Anfang. Jetzt müssen wir die eine Kuh noch da reinkriegen. Vielleicht können wir das hier einfach ein bisschen größer machen. Was geht denn mit dir? Warum... Komm her. Ja. Oh, eine nach dem anderen. Ihr seid so... Ihr seid... Oh Gott. Ja, da trifft blöde Kuh echt gut zu. Na, komm her. Wir können nicht drei Kühe miteinander vermehren. Danke. Oh, das erste Mal was ordentliches zu essen hier. Wärmendes Feuer. Warmes Essen. Das nennt man Leben. Die Welt ist wieder größer geworden. In welche Richtung? Schafe, 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 Schafe. So, Schafe haben wir auch. Kühe haben wir. Das ist schon mal gut. Die können wir direkt anfangen zu vermehren hier. Und... Tut mir leid. Eigentlich nicht. Aber tut mir leid. Oh, hier tut sich eine Höhle auf. Das ist sehr gut. Dann kann ich mal irgendwo Eisen sammeln, wo ich nicht die Wand rauf und runter klettern muss. Aber hier ist die Welt größer geworden, ne? Mehr Sand. Aber wir könnten uns mal ein Nether-Portal gießen, ne? Oh, hier hinten kommen schöne Bäume. Und hier kommt Wasser. Okay, dann ist das hier wirklich meine Ebene. Dann werde ich das hier ein bisschen einplanieren. Die Lava weg. Und dann bauen wir hier unser Haus hin. Das finde ich gut. Endlich geht's an den Hausbau. Aber vorher noch Portal schütten. Eins. Tja, der Rahmen steht. So. Haben wir das doch schon mal. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier mitmachen. Lass mal, wir packen uns ein bisschen was in den Ozean. Das können wir dann später abbauen für einen Verzauberungstisch und so. So, und jetzt können wir das ganze Ding eigentlich zumachen, ne? Jetzt braucht es uns nicht mehr stören. Guck mal, der Birkenwald ist, glaube ich, größer geworden, oder? Ich bin mir gerade echt unsicher. Aber weiter geht's endlich, diesen gottlosen Ort vor uns schön zu machen. Damit wir wenigstens hier ein bisschen heimisch werden. Oh, endlich, die Lava weg. Endlich hat das Geblubber ein Ende. Ihr Schaf, ihr seid allzufrieden. Geben wir mal ein bisschen Wolle hier. Dann kann ich später mehr mit Wolle bauen. Ihr seid mal nicht solche Egoisten. Ja, es ist warm. Und ich schere euch, damit es euch nicht so warm ist. Also bitte. So, fertig. Aber irgendwie ist unsere Welt nicht größer geworden in der letzten Nacht, ne? Oh, unsere Welt wurde doch erweitert. Guck mal, da ist ein Stück Tempel. Ein Stück Tempel. Wie cool ist das denn? Und hier, der Brunnen. Okay. Aber ist ja mega gut. Hallo, Tempel. Was wir aber brauchen, ist Eisen. Und Kohle und alles und überhaupt. Hier ist Eisen, Eisen. Okay, sehr schön, sehr schön. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja, geht gut. Geht gut. Geht gut. Wie schön so ein Sonnenuntergang einfach mal ist, wenn es ein bisschen Minecraft-Welt gibt. Und nicht auf einem Block, man eingesperrt ist. Aber warum die Welt sich nicht erweitert hat? Weil das jetzt nur noch alle zehn Tage passiert. Damit wir Zeit haben, uns ein bisschen um das Stück zu kümmern. Und auch die Welt nicht zu groß wird, ne? Das heißt, jetzt haben wir ein bisschen Zeit zu bauen, zu machen, zu tun. Und das finde ich sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Wir brauchen mal eine Höhle. Irgendwo muss doch hier eine Höhle gespawnt sein. Das sieht doch gut aus hier. Machen wir mal eine kleine Höhlen-Tour. Eine sehr kleine Höhlen-Tour oder was? Wie tief geht das denn hier? Äh, ich will hier nicht einfach runterspringen. Vor allem habe ich nur kaputte Spitzhacken. Ich bin so doof. Was willst du? Geh weg. Lass mein Schaf in Ruhe. So, danke. Hallo Schaf. Ist sie warm? Ja. Super. Jetzt nicht mehr. Wird das denn hier mal... Da ist schon mal Eisen. Das ist gut. Wird das hier mal eine richtige Höhle? Oh, eine richtige Höhle. Oh, oh. Oh. Endlich. Wieder mal Zeit. Ja, hüpft mal runter. Tschö, Creeper. Achso, die machen Party da unten. Okay. Okay. Warte, das kann ich auch. Hier. Explodier mal, Creeper. Komm, warte mal. Bam. Oh. Oh, ho, ho. Oh. Oh. Oh, das war knapp. Das war knapp. Gerade noch so das Schild hingehalten. Ach, da ist der... Der kleine... Okay, da war er. Ähm. Oh, ho, 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 ho. Alter. Was? Hä? Hab ich hier eine... Oh, da ist ein Spawner, glaube ich. Aber hab ich hier eine Creeper-Familie getroffen, oder was? Was ist denn hier los? Sag mal. Ich glaube, das ist entstanden durch Lava von früher. Weißt du, als die Map weiter generiert wurde? Kein Spawner oder so, sondern einfach nur blöd generiert. Oh mein Gott. Nachts aus der Höhle kommen ist halt echt uncool. Hier, lauf mal drauf. Guck mal da. Kannst du mal brennen, bitte? Danke. 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 Aber wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Endlich mal ein bisschen Eisen in den Ofen schmeißen hier. Äh, 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 ich mag euch nicht. Ich mag die Kleinen nicht. Ich mag die Kleinen nicht. Danke. Oh, ich muss mich erst mal am Essen kümmern, bevor ich hier weiter baue. Ich habe fast den ganzen Tag damit zugebracht, nur wilde Tiere zu jagen, aufs Lagerfeuer zu legen und dann wieder Bäume zu fällen und wieder Tiere zu jagen. Aber eine Überraschung bleibt dann doch noch. Ähm, Leute. Leute. Wenn sie kommen, dann kommen sie. Dann kriegen sie einen auf die Nase. Deswegen ist sie auch so platt und lang. Ich glaube, wir müssen uns gerade darum kümmern. Die werden nicht die spawnen oder so. Ja, hallo, Leute. Ähm. Okay. Oder sie stürzen einfach ab. Das geht auch. Ich habe echt Angst, dass ich mich beim Häuserbau schon wieder voll übernehme, ne? Aber ich kann das gut. So, gib mal Milch hier. Gib mal Milch jetzt. Danke. So, dann machen wir erst mal das Exil weg. Kein Bock, dass gleich ein Dorf, äh, erscheint und wir dann direkt einen Überfall haben. Das wäre echt uncool. So, ein bisschen Wolle für den Häuserbau. So muss das. Ihr könnt doch nicht immer... Was ist denn los mit euch? Sag mal. Bam. So, Junge. Kann ich mir schon wieder ein Eimer Milch holen, oder was? Ich werde noch fett mit Pfeil im Kopf. Aber schöne Veranda steht. Das kann man mal sagen. Die Veranda ist schon mal da. Und hier kommt jetzt das Haus drauf. Weil irgendwann ist man auch froh, einfach nur noch diese Daily-Aufgaben zu machen. Um ein bisschen den Kopf auszuschalten. Aber hier könnte ich eigentlich eine schöne Straßenlaterne hinbauen. Ja, ja. Da kommt eine Straßenlaterne hin. Da oder Feldmitte. Ich weiß noch nicht. Müssen wir mal gucken. Aber bald haben wir unser erstes Feld voll. Juhu. Tag 18. Häuserbau. Na, so langsam wird's. Mal gucken, wie's am Ende aussieht. So, Feld 1 komplett. Das ist ja schon mal mega gut. So, jetzt machen wir jetzt das nächste Feld. Und wir brauchen mal eine Pause. Also, man muss manchmal auch einfach mal abschalten. Und dafür nehmen wir uns jetzt eine Angel in die Hand. Sorgen für genug zu essen. Und gleichzeitig einfach ein bisschen Entspannung, ne? Warte. Ne. Hier wird nicht entspannt. Müssen weiter arbeiten. Wir brauchen mehr Zucker. Oh, ja. Einmal fällen. Dankeschön. Jetzt aber. Während des Angels habe ich mir schon die Frage gestellt. Wie sieht das Thumbnail aus? Oder was machen wir als nächstes in dem Video? Und, 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 und. Jetzt sitze ich hier beim Cutten und denke mir, ist das Video zu schnell? Ist es zu langsam? Brauchen wir mal Ruheparts? Ich weiß nicht. Es ist so schwierig und so viele Fragen, weil ich noch nie ein so langes Projekt gecuttet habe. Deswegen schreibt mir mal in die Kommentare, was gefällt euch, was gefällt euch nicht. Denn tausend Augen sehen mehr als meine zwei kleinen Knöpfe. Ja, und falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich gerne auch tun und liken. So, der Tag neigt sich langsam zum Ende zu. Papa geht nach Hause und hat Essen mitgebracht. Okay, dann haben wir erstmal hier drauf. Na, guck mal, was haben wir denn noch so geangelt? Ein Unendlichkeitsbogen, der einfach quasi kaputt ist. Na toll. Nice. Mega. Äh, gut. Kann ich super gebrauchen. Eine Schüssel. Juhu. Und Fisch. Das war jetzt nicht so mega gut, aber wir haben jetzt schon mal genug zu essen. Mörr dich doch selber an. So, guck mal, gleich wird es dunkel. Alles schön kalt. Dann könnt ihr euch mal schön einen abfrieren hier. Mal erstmal ein lecker Fisch reinzimmern. Sollen die doch da frieren. So, müssen wir ein bisschen Kühe vermehren. Wenn wir dann irgendwann mal einen Verzauberungstisch bauen. Guck dir das Schwein da hinten an. Weißt du, ein richtig schöner Stalker im Feld. Denkt, wir sehen ihn nicht. Ja, klar. Du Sau. Tag 20. Ein Tag noch, glaube ich, ne? Dann wird die Welt erweitert. Oder zwei Tage. Ich weiß nicht. Wir haben noch ein bisschen Zeit, unsere Putze fertig zu bauen. Und unsere ganzen Bäume sind gewachsen. Das ist gut. Das heißt, wir schaffen zumindest den Rahmen. Vielleicht finde ich ja irgendwann noch so eine Dorfbewohner-Tante. Da bin ich nicht mehr ganz alleine. Ich meine, Dorfbewohner-Onkel nehme ich auch. Aber der Onkel erzählt meistens immer so weirde Geschichten. Dass man so ein bisschen, ja, okay, ist klar, komm, ist gut. Jetzt müssen wir gerade diese Höhle, die hier unterm Haus ist, ne? Die müssen wir echt mal ausräuchern. Das ist ja schlimm. Immer Krach da unten. Immer Ärger mit den Nachbarn. So, hier nochmal. Da nochmal. So, dann Spawn-Theonics. Und ein bisschen Eisen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier soll so eine Dachterrasse drauf. Da soll ein Dach, was dagegen geht. Und da soll dann nochmal ein Dach drauf. Puh. Ich glaube, ich mache von oben nach unten. Das heißt, wir fangen erst mal an mit einem Fichtenholzdach und Steinumrandung. Oh, ich hasse Dach bauen. Das dauert immer so lange. Mann, der Tag ist gleich schon vorbei. Oh, die Welt ist größer geworden. Tag 21. Juchu. Hoffentlich der Tempel. Warum ist es eigentlich noch dunkel? Warum ist es noch dunkel? Haben wir Sonnenfinsternis? Ist es Sonnenfinsternis? Oh Gott, Leg. Weil die Welt increased wurde. Oh Gott. Oh Gott, ich dachte Sonnenfinsternis. Oh Gott. Oh Gott, was passiert? Lass mal gucken. Der Tempel. Alter Schwede ist hier viel drangekommen. Der Tempel ist fertig. Nice. Das ist ja mega gut. Vielleicht auch eine Woodland Mansion. Das wäre ja mega cool. Aber. Ah, um die Ecke generiert. Okay. Ich dachte schon, hier wäre so viel drangekommen. Vorsicht, ne? Wenn ich jetzt angeschossen werde, bin ich halt völlig weg. Hier unten Wasser? Nein. Das ist wie so ein Kind im Spielzeugladen, ne? Jeden Tag. Juchu. Neu. Yay. Was gibt es jetzt? So. Diamanten. Ich sehe Diamanten. Diamanten. Alter, was für ein fetter Batzen hier drangepackt wurde. Aber das ist mir alles egal. Ich will jetzt erstmal das Haus so ein bisschen ansetzen. Und auch das zweite Feld vollkriegen. Das sieht ja mega cool aus. Auch wenn es total einfach gehalten ist, sieht aber cool aus. Müssen wir hier noch ein bisschen trennen. Ne? Also das hier sieht noch ein bisschen schäbig aus. Aber das kriegen wir auch hin. Das ist kein Problem. Am besten hier noch eine Treppe hin. Aber ich glaube, ich habe keine mehr. Ne, ich habe keine mehr. Okay, dann mache ich einfach so. So. Dann haben wir das Dachelement schon mal getrennt. Sieht schon tausendmal besser aus. Und hier unten drunter, hier, machen wir so ein kleines Vordach mit einem Lager hin. Oder? So ein kleines Lager, wo Strohballen liegen oder so. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Jetzt brauchen wir Dach Nummer zwei. Und Dach Nummer zwei wird einfach eine Ecke flacher. Also wirklich so und fertig. Tag 22. Nicht vergessen. Erst nach zehn Tagen wird es wieder größer, ne? Also, alles tuti, alles gut. Aber wir brauchen mal wieder was Abwechslung vom Bauen. Und ich weiß, ich kann sau gut bauen. Aber wir gehen gleich in den Tempel. Ja, weil wir sind noch geiler im Looten als im Bauen. Vorher mal kurz hier Fressi Fressi anpflanzen. Dann schauen wir mal, was der Tempel uns zu bieten hat. Tempel. Warte mal, hier drüben, ne? Ist hier drüben irgendwas? Hexenhütte oder so. Wäre halt auch cool. Schweine. Schafe. Tempel. Okay, Tempel. Was ist hier los? Was ist hier los? Ist hier irgendwer? Jupp. Jupp, jupp, jupp. Bam. Bam. Und bam. So. Den Geheimraum gibt es hier leider nicht. Aber egal. So. Hier. Müssen wir hier runter? Oder? Ja, hier müssen wir runter, ne? Ja, sehr gut. Sehr gut. Na, kurz gucken. Keine Fackel parat. Okay, das ist nicht so gut. So, weg mit der Druckplatte. Oh, goldene Apfel. Das ist schon mal gut. Spinnenauge auch. Dann können wir vielleicht einen Zombiedorfbewohner heilen. Eisen. Sehr gut. Diamantrüstung. Ja, wir brauchen nur ein Pferd. Reicht auch eine Rüstung. Oh, drei Diamanten. Noch einen goldenen Apfel. Und. Noch mehr Ei. Oh, schön. Sattel auch noch. Alles, was wir brauchen. Mehr wollen wir nicht. Da bin ich zufrieden. TNT lasse ich erstmal hier. Weiß noch nicht, wofür ich es brauchen könnte. Aber. Ja, das stimmt eigentlich für. Nethery Farm. Wir müssen mal in den Nether gehen, ne? Der Nether wäre mal gut. Aber der Tempel hat uns auch gut getan. Der ist auf jeden Fall, äh, Lars approved. Der darf bleiben. Ansonsten hätte ich das TNT für den Tempel genommen. Oh, ein Ei. Ich werfe gerne mit meinen Eiern um mich. Hier Ei, flieg und sieg. Batsch. Äh. Scharf, danke. So, erstmal eine Hose. Damit wir endlich mal komplett bedeckt sind hier. Die ganze Zeit mache ich einen auf Freiluftuhn. So, langsam wird es eng in der Hautfabrik. Leder. Aber jetzt können wir mal in den Sand da reinknallen, ne? Dann können wir ein paar Scheiben machen und so. Äh, anpflanzen. Äh, 18 Samen. Wo kommen die denn her? Wo kommen die denn her? Da bin ich ja hier fast fertig. Scharf, geh runter von meinem Feld. Das hier ist keine Snackbar beim Rewe, ja? Also tschüss. Ja, genau. Hast mich richtig verstanden. Sollen wir mal richtig dekadent sein und einen Boden aus Kupfer machen? Aber dann, dann bräuchten wir unbedingt Wachs, ne? Weil sonst sieht das halt echt ein Mist aus später. Okay, pass auf. Wir machen jetzt erstmal hier einen Boden rein und eine Ecke mache ich mit Kupfer. Ich würde... Naja, sieht eigentlich besser aus, wenn wir warten, bis es hell ist, ne? So ist es zwar auch irgendwie ganz cool, aber passt nicht so ganz hier rein. Lassen wir mal so. Die Frage ist doch, warum mache ich das hier eigentlich alles, wenn ich eh alleine bin? Ist doch egal, ob es hässlich ist oder nicht. Muss ja niemandem gefallen. Also außer mir. Aber mir ist egal. Weißt du, wenn ich schon alleine bin, dann will ich es wenigstens schön haben. Ganz ehrlich. Ja, wird doch eine schnieke Hütte oder was? Muss ja erstmal nachmachen. So, aber jetzt erstmal wieder ins Bett. Und dann haben wir die Hütte ja bald geschafft, ne? Dann können wir endlich wieder auf Abenteuer gehen. 24! Und ich bin echt bis jetzt sehr froh über unser Haus, ne? Ich wollte aber noch... Pass mal auf, wir brauchen ein bisschen Fichtenholz, haben wir ja, ne? Ein paar Fichtenholzbrette haben wir. Jetzt kommt ein bisschen Deko. Ich frage mich gerade, ob wir für die Deko hier hinten irgendwo Süßbeerenbüsche finden. Da hätte ich jetzt Bock drauf. Ja, sieht schlecht aus. Weißt du, da bist du schon Mutterseelen allein. Man kriegt immer noch nicht, was du willst. Mobbing-Spiel. Boah, das Geblöck hört man... Das Geblöck hält man ja echt nicht aus hier. Ich muss mal hier... So, ab in den Nesser. Wird mal Zeit. Da läuft mir direkt Lava ins Portal. Wer kam denn auf die blöde Idee? Weil der Nesser normal generiert wird, habe ich meine eigene Regel. Und die eigene Regel ist eigentlich ganz simpel. Wir dürfen den Nesser nicht ausnutzen. Ich weiß, man kann hier alles beschaffen. Man kann hier Minecraft durchspielen und und und. Aber wir wollen nur Lohnrouten und eventuell Wizard-Schädel, wenn wir... Also Wizard-Skelettschädel, wenn wir soweit kommen. Mehr auch nicht. Oh, oh. Oh, oh. Ich habe kein Gold. Der mag mich nicht. Ich habe kein... Okay. 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 Ich brauche Gold. Ich brauche Gold. Und vor allem ist der gleich fette Quip. Was ist los mit dem? Das ist nicht fair. Wie schräg sieht das denn aus? Und warum wabert das so? Als wäre da Wasser. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich brauche nur noch ein bisschen Gold. Ich bin ja ziemlich lebensmüde für Hardcore, ne? Also, also wirklich. Wie komme ich auf die Idee, mich hier lang zu buddeln? Ich glaube, dieses Wabern soll die Hitze in der Luft darstellen, ne? Ist ja mega cool. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Aua. Er hat mich nie getroffen. Aber warte mal. Da ist Karmesinwald. Da hinten habe ich einen Wirrwald gesehen. In die Richtung weiß ich noch nicht. Aber ich glaube... Wir sind alle Biome nah beieinander. Das wäre ganz gut. Eine Lava unter mir. Okay. Ich komme. Ich sehe Ronimo. Oh. Gut. Ich nur... Hier muss ich hoch. Also hier, wo das Boot ist, da muss ich hoch. Ich weiß, wie ich wieder heimkomme. Jetzt brauche ich aber immer noch eine Nesserfestung. Mann. Es gibt nichts Nervigeres in Minecraft, als eine Nesserfestung zu suchen. Außer man schummelt. Aber ich schummel ja nicht. Oh. Nesserfestung. Juhu. Juhu. Wer glaubt mir das jetzt noch mit dem, ich schummel nicht? Zwei Sekunden vorher noch gemeckert. Da hat er einen gefunden. Und gleich lohnen. Das ist auch schon mal gut. Oder auch schlecht. Je nachdem. Wie gut die treffen. Das kommt so ein bisschen drauf an. Oh Gott. Oh Gott. Zwei Spawner. Nebeneinander. Und keine Fackeln. Ich bin so... Oh doch. Fackeln. Ja. Ich bin halt wirklich doof. Ja. Wie richtig gesehen, Skelett, ne? Können wir mal hier unten wieder aufmachen. Du bist ja leider ein bisschen zu groß dafür. Haha. Mehr wollte ich nicht. Mehr wollte ich nicht. Dankeschön. Alter Schwede. Ich komm wieder. Au. Äh. Ich hätte eine zweite Lohnroute gebraucht, ne? Für Feuerresistenz. Oh. Ich bin so doof. Kann ich hier nicht irgendwie... Warte mal. Hä? Kollege? Ich bin ja nicht mehr alleine. Was ist denn hier los? Hallöchen. Ich hab keines Markte, aber du hast halt auch nur Käse. Du hast nur Käse. Käse hast du nur. Trank der Feuerresistenz. Wie war das nochmal? Und ihr seid mir viel zu laut. Warte mal. Ihr müsst woanders hin. Ihr müsst definitiv woanders hin. Warte. Warte. Boah. Seid ihr laut? Die packen wir jetzt irgendwo hier in den Birkenwald. Ich mag den Birkenwald nicht. Die kommen jetzt hier rein. So. Ganz einfach. Pass auf. Äh. Hier. Machen wir jetzt so. Truhe. Ich da gegen die Truhe. Wir testen es einmal. Ja. Funktioniert. Ich hoffe, das klappt. So. Mitkommen. Alle mitkommen. Wie die da rausschießen. So. Pew, pew. Kommt jetzt in, äh. Das Kuh-Gulag. Äh. Ja. Rein da jetzt. Kann doch nicht so schwer sein. Jetzt aber. Warum lauf... Warum... Ihr müsst doch da reinpassen. Oh. Rein da jetzt. Dann verbringe ich den ganzen Tag mit Kuh-Schubsen hier. So. Genau. Schubst euch mal gegenseitig da rein. Das finde ich gut. Bei Kuh-Schubsen, das ist wie Fahrradfahren. Das verlernt man nicht, ne? So. Schön hier. Nächste. Sag mal, die Kuh da, die tut mir richtig leid. Oder die zwei, ne? Das sieht ja aus, als hättet ihr einen ewigen epileptischen Anfall. So. Jetzt probieren wir mal. Ob das hier klappt. Ich brauche einen Eimer Wasser. So. Mauer drüber. Und jetzt mal Ruhe hier im Karton, ne? So. Sehr schön. So. Mal schön vermehren hier. Und sie sterben. Diamant-Spitzhacke. Juhu. Endlich wird es mal Zeit. Für unseren Verzauberungstisch hier. Jetzt, wo wir endlos Leder farmen können, können wir easy Bücherregale machen. Und dann können wir ein bisschen verzaubern. Ich überlege gerade, ob ich mir zwei Lamas halte, ne? Ja. Könnte so ein Geschenk von dir an mich sein, ne? Zwei Lamas. Oh, ich brauche vier Obsidianen und zwei Diamanten. Ah, ich bin... Ach, warum vergesse ich denn immer solche Sachen? Ich bin so dumm. Also, Tag 28 müssen wir Diamanten holen. Wird sowieso Zeit, bevor da hinten alles zuspawnt. So, erstmal Lapis. Das brauchen wir sowieso zum Verzaubern gleich. Die Diamanten der Armen. Das haben wir ja auch schon erfahren. Boah, habe ich das Wasser gut gesetzt. Boah, das war ja mega gut. So, eins. Zwei. Das reicht schon mal. Das ist schon mal schön. Aber waren die nicht irgendwo noch mehr Diamanten? Aber wie episch das aussieht, ne? Diese riesen Lavawand und so. Was ist in der Höhle drin? Keine Ahnung. Aber eigentlich muss ich alles aus den Wänden rausreißen, ne? Das wäre so von Vorteil. Aber ich habe keine Lust, hier nur an der Wand rumzuklettern. Ich bin halt ein faules Stück. Ich mache immer so, wie ich brauche. Und nicht so, wie es sinnig wäre. Außer es geht um meine Kühe. Hallo, meine Freunde. So. Ähm. Da sind die Babykühe da reingefallen, ne? Verdammt. Guckt mal weg. Aber. Ich brauche Zuckerrohr für ein Buch. Ach komm, schon. So eine riesen Front und alles noch ganz klein. Mann, ey. Schaffe ich nicht mal einen Verzauberungstisch an einem Tag? 29. Erstmal fressi, fressi machen hier. Mann, schon 29 Tage. Und gefühlt nichts geschafft. Ist ja ekelhaft. Wir lagern mal. Ich halte sowieso keine Ordnung. Aber kann ja nicht schaden, mal ein Lager zu haben. Dann machen wir so. Warte mal. Ich habe voll die gute Idee. Wäre es nicht irgendwie. Ja. Wäre es nicht irgendwie nice. Warte mal. Wir haben doch hier noch. Genau. Wäre es nicht irgendwie nice, wenn wir hier die zwei unteren Reihen rausnehmen. Und dann machen wir so Falltüren rein. Und jetzt kommen wir von hier drinnen an unsere Truhen. Wenn wir mal Holz brauchen oder so. Und können gleichzeitig den Spaß zumachen. Guck mal hier. Von hier Stufen nehmen. Zubauen. Ja, mega gut. Ist doch mega gut. Ich meine, hier oben fehlt noch was. Es regnet noch ein bisschen rein. Aber das ist ja mega gut. Morgen wird die Welt vergrößert. Ich würde gern die Chance nutzen und noch ein bisschen bauen, bevor wir wieder neue Gebiete haben. Also einmal hier hoch. Dann müssen wir das hier auffüllen. Hier muss noch ein Balken rein. Da fehlt noch Glas. Das ist alles, was fehlt. Dann steht die Bude. Hier kleiner Raum. Mal gucken, was wir hier vielleicht so Fackeln hin machen. Hier oben ist so ein kleines Licht, wo man durchgucken kann. Dann geht man hier runter. Hat da oben ein bisschen Stauraum. Kann hier hochklettern. Hier oben ist das Fenster und das Fenster. Ist doch mega gut. Noch die Raumaufteilung. Und dann haben wir unsere Hütte. Dann habe ich eine meiner großen Aufgaben, die ich erreichen wollte, schon geschafft. Und diese Art von Lager. Mega. Von innen und von außen kommt man dran. Mega gut. Oh, da hat sich unsere Welt increased. Ich sehe es schon. Das hatten wir vorher nicht. Wir müssen gucken gehen. Vielleicht. Oh, ich hätte Bock auf eine Mansion oder ein Tempel. Aber das gehört alles nicht in den Fichtenwald. Vielleicht finden wir Süßbären und Füchse. Keine Süßbären. Aber ich bin ja süß genug. Könnten gerade mal das hier abreißen. Da passiert ja nichts mehr. Und so einen kleinen Gedenkpfad machen hier. Ist doch jetzt mal gut. Halte mal den Mund. So. Jetzt brauchen wir nur noch Straßenschilder. Essen zu kochen mit einem Lagerfeuer dauert echt. Aber wir müssen uns auch mal die Zeit nehmen. Nicht immer hetzen. Wir sind in einer kleinen Feinwelt, die uns gehört. Da haben wir auch die Zeit, uns mal ins Lagerfeuer zu setzen. Und zu warten, bis unser Essen fertig ist. Guck mal, was wir schon geschafft haben. Das würde ich in meinem ganzen Leben nicht schaffen alleine. Ja, also. Wir sind noch recht schnell. Aber schauen wir mal, was die neue Welt uns zu bieten hat. An Diamanten. Wir werden jetzt ein bisschen freeclimben. Nummer 1. Eisen. Kleine Höhle. Kleine Höhle. Und Kupfer. Ey, wer braucht denn so viel Kupfer? Bin ich jetzt echt mit meinem Hintern auf so einen Zacken gesprungen? Hier. Tschüss. Und dann nehmen wir mal weiter den Wasserstrudelberg ab. Nächste Höhle. Oh, Minenschacht. 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 Oh ja. Ich freue mich immer über einen Minenschacht, weil da findet man auch so ein bisschen Holz, um seine Grundbedürfnisse zu decken, für den Fall, dass der Fall eintritt. Also, für den Fall, ja, für den Fall der Fälle. Okay, Lars. Habt ihr schon gehört? Ich kann dich sehen, Spinne. Hallo, Creeper. Kann ich sehen, wie er einfach halt keine Lust hat. Muss vorsichtig sein, ne? Ja, wie viele Zombies? Ist da ein Spawner irgendwo? Guck dir den mal an. Der will einfach einem auf den Kopf fallen hier. Ja, ja. Hab ich gesehen. Was soll das denn? Unverschämt hier. Okay. Hier endet der Spaß in einer riesengroßen Tropfsteinhöhle. Ohne Kiste, ohne Lore, ohne alles. Schade. Ich hatte die Hoffnung, wir finden mehr in der Mine. Aber, mal gucken, ob wir Diamanten finden. Ja, wo bin ich denn jetzt rausgekommen? Okay, pass auf. Hier bauen wir uns hoch. Dann wissen wir, dass hier die Höhle ist. So, markieren. Und zack. Sehr gut. Wissen wir das schon mal? Hä, hier ist mir rausgekommen. Ich bin da hinten runter. Oh, heiliger Tempel. So sage mir, warum bin ich hier und alleine? In dieser kleinen, sich ständig verändernden Welt. Aber so richtig gelohnt hat es sich nur für Eisen. Fast zwei Stacks. Ah ja, okay. Aber jetzt mal ernten und die Kühe vermehren, weil wir können endlich unseren Verzaugungstisch machen. Hallo Freunde der Sonne. So, wie war das mit einem Buch? So und so. Yes, okay. Und jetzt können wir... Zaubertisch. Und für den Zaubertisch habe ich auch schon eine Idee. Braucht nur... Tag, ne? Schon wieder Tag 34. Wo ist meine Schere? Da ist meine Schere. Okay. Dann scheren wir jetzt ein bisschen hier. Und jetzt gehen wir hier in den düsteren Wald. Und guck mal, hier ist so eine schöne kleine Ecke hier, ne? Oder? Ja, hier können wir das machen. So, Verzaugungstisch hier drauf. Und dann bauen wir so ein bisschen Ruine drumherum. Oh, Ruine. Wo kommt der denn her? Alter, hier entsteht gerade natürlich eine Ruine. Da habe ich mich ja fast einen Meter höher geschraubt hier eh. Ja, ist doch voll gut, ne? Ein kleiner, mystischer Verzauberungsort. Und jetzt noch Bücherregale drumherum. Dann bin ich zufrieden. Und vielleicht ein paar Spinnenweben wären auch geil. So, dann noch eine Straßenlaterne. Einfach so, so, so. Und noch einen drauf. Trichter, Trichter. Laterne, Laterne. So. Ja, geht doch. Endlich kommt mal ein bisschen Deko in die Welt hier. Sag mal, seid ihr ernsthaft, dass ihr zu mir kommen wollt, wenn ihr sowas seht? Echt jetzt? Seid ihr euch da sicher? So. Hier, meine lebende Steakfabrik. Das macht gar keinen Sinn. Eine Steakfabrik lebt immer. Weil, woher kommt denn ein Steak? Bestimmt nicht vom Baum. Also, Bäume leben auch, aber Tag 36. Aha. Schleichen uns ganz langsam an. Wir gehen in Deckung. Wir müssen uns ganz genau überlegen, was wir tun. Aaaaaah. 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 Sehr überlegt. War nur eine kleine Übung. Wir werden nämlich wieder in den Nether gehen. Wir müssen noch einen Lohnstab holen. Und ich hätte echt gerne so einen Zombie-Villager, damit ich den mal heilen kann. Äh. Das war nicht geplant. Schafe? Nein. Schafe. Hier geblieben. Ähm. Ähm. Ja, komm. Komm. Ja, wie viele Pfeile denn noch, bitte? Warte, den da muss ich umhauen. Wir brauchen Magma-Creme für Feuerresistenz-Tränke. Hallo. Äh. Sag mal, der kein Bock? Hast du keine Lust? Hier ist die Netherfestung. Genau, 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 genau. Schon da. Denk ich auch irgendwo eine Bastion. Oh, wir haben einen Lohnstab. Jetzt brauchen wir nur noch Netherwarzen, ne? Aaaaaah. Ach, da sind auch schon wieder welche. Warte, machen wir hier auch so? Wie läuft's bei dir? Äh. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Okay, Anlauf durch. Anlauf durch. Wir müssen durch. Nein, nein. Rauf. Hört. Oh mein Gott, wie viele sind das denn? Einfach nur hier durch. Oh mein Gott. Gut, hier ist halt einfach Ende. Kann doch nicht sein. Hier muss doch irgendwas noch... Hier muss doch irgendwo einen Raum mit Netherwarzen geben. Oh, hier geht's rein. Oh Gott, da ist aber so einer. Ha, 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 ha. Warte, ja, ja. Es ist schön, dass ihr hier schießt. Ach, guck mal. Hier ist einer, was Netherfestung ist. Nur ein bisschen geflutet. Nur ein bisschen. Hä? Heißbegehrte Reiseziele? Was? Was sind denn heißbegehrte Reiseziele? Alle Netherbiome entdeckt? Okay. Komm her. Die Magma-Wollnys. Ich nehm sie auseinander. Ja. Ja, komm. Es ist halt nirgends wo noch Festung für Netherwarzen. Ich hab wirklich alles abgeklappert. Ja, Mann. Was ist denn los? Kommst du aus dem Nether rüber, damit du ins Gesicht kriegst, oder was? Du Germany's Next Topmodel. Tag 37. Und mir ist auch noch keine Warze gewachsen. Das kann ja nicht sein, ey. Eine Netherfestung ohne Netherwarzen. Kann ich denn überhaupt einen Trank der Schwäche machen? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich meine, ich hab jetzt das. Ich kann hier reinladen. Ich hab Spinnenaugen. Aber wir brauchen eh noch Zuckerrohr. Gehen wir doch ein bisschen angeln. Diesmal geh ich aber an den Fluss. So, nach der Action wieder ein bisschen Pause mit Angeln. Fische. Das ist alles. Aber die Nacht bricht an. Und wir gehen jetzt auf die Jagd. Wir suchen jetzt einen Zombie-Dorfbewohner. Oder einen Zombie-Villager. Ja, hallo Spinne. Komm. Komm, komm, komm. Ich will nur Zombie-Dorfbewohner. Keine Spinnen. Da ist einer. Da ist einer. Oh, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Komm, 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 komm. Und da noch einer. Nie los. So. Jetzt komm. Komm mal mit. Bitteschön. Jo. Super. Oh, geschafft. Sehr schön. Wie hat man nochmal ein Spinnenauge fermentiert? Hä? Hat er einfach in der Werkbank? Nee, oder? Ach, ein Pilz und Zucker. Ja gut, das kriege ich hin. Du hast echt Glück, mein Freund, ne? So. Hier. Bap. Bap. Wie gut ist das? Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Woop, woop. Zombie-Arzt. Yes. Äh, du hast keine Beine, mein Freund. Du hast keine Beine. Du hast keine Beine. Ja, ja. Bei jeder OP geht mal was schief. Dann können wir hier unten eigentlich eine kleine, aber feine Trading Hall reinmachen. Und jetzt hätte ich gerne, jetzt hätte ich, oh ja, ich hätte gerne, pass auf. Wir brauchen, wir brauchen Bienen. Wir brauchen Honig. Eichensatzlinge. Eichensatzlinge, Blume. Eichensatzlinge, Blume. Knochen habe ich noch. Biene? Nein. Nein. Nope. Nein! Jo, Biene! Komm schon. Oh, 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 das passt sehr schön mit dem anderen großen Baum. Das können wir so lassen. Das können wir so lassen. Machen wir noch hier bei den Bienen so einen kleinen, so, so, ja, 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 das ist doch gut. Ist doch mega gut. So, eine kleine Straßenumrandung. So. Und dann haben wir unsere kleine Blumenwiese ja auch schon mal, ne? Da, komm mal her. Bisschen Bienenliebe. Na, wie war dein Tag so? Endlich kann ich mich mal mit jemandem unterhalten. Erzähl mal, wie geht's? Ja, da kann ich verstehen, was langweilig ist, ne? Du hast keine Beine und kommst nirgendwo hin. Also, mein Haus ist nicht barrierefrei. Und das mit gutem Grund. Mein Freund. Hey, aber hungern sollst du nicht hier. Guten Hunger, ne? Lass es dir schmecken. Wie willst du meine Steaks nicht? Magst du noch Rohkost? Ja, da hat ein GP ja Pech gehabt. Hallo Creeper, ich seh dich doch. Soll das denn? Brauchst nicht so tun, als könntest du dich da verstecken. Mach mal wieder Zuckerrohr. Ich hab echt ein Déjà-vu langsam, ne? Ja. Honig. Yes. Unsere erste Flasche. Wir brauchen vier. Dann gehen wir mal noch ein bisschen Stein sammeln, ne? Für neue Randsteine an den Gehwiegen. Das muss ja auch alles ordentlich aussehen hier. Wir brauchen mal ein Straßenschild, ne? Deswegen machen wir hier mal welche. Zaun. Zaun. Also ähnlich wie bei der Laterne, ne? Zur Lederlagune geht's dann in die Richtung. Bienenbay und Zauberruine geht's in die Richtung. Und hier runter, ja gut, das wäre eine Hause, ne? Aber irgendwie, ich meine, das Haus sieht man so. Hätte ich das nicht eher unter die Falltüren hängen sollen? Warte mal. Ja. Kann man machen. Kann man machen. Könnten wir jetzt auch noch hier hin machen, mit dem Schild hier rein. Aber ich weiß nicht, was da ist. Also da ist, äh... Ja. Ein Haus. Boah, meine Logik ist mal wieder ungeschlagen. So Bienen, kommt mal raus. Ich würde euch gerne vermehren. Biene. In Tag 40 und ich stehe hier und warte darauf, dass die mal ihren gekringelten Hintern da raus bewegen. Vielleicht fühlen die sich beobachtet von mir. Warte, warte. Versteck mich hier in der Kiste. Biene. Bienen. So, und so, super. Mehr wollte ich nicht. Da mal ein bisschen Erde hier dran pappen, damit wir den Weg auch außen um die Felder rum machen können, ne? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und vier Honigflaschen haben wir auch. Da machen wir uns nämlich einen Honigblock. Tada! So, pass auf. Jetzt fahren wir den einfach rückwärts an die Wand. So, vielleicht. Machen wir hier weg und einen Honigblock hin. So. Mit Falltür. Falltür. Komm, einmal rückwärts reinfahren. Piep. 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 Wir sind zu fett. Wir sind zu fett. Okay. Bleibst du jetzt hier? Ich bin dein Herr und Meister. Hast du gehört? Hier geblieben. Will der denn immer hin? Sag mal. So. Da kommt er nicht mehr raus. Er kann nicht drüber hüpfen. Dank dem Honigblock. Alles gut. Den Geistlichen wollte ich nicht, aber... Und du bist wieder joblos. Du kleiner Harzer. Roller. Also, der riecht nach Käse. So, jetzt ist das Erste, was wir machen, uns einen Bogner-Tisch. Dafür brauchen wir zwei Feuersteine, glaube ich. Habe ich keine Feuersteine? Ich hatte nur einen in 40 Tagen? So. Ja. Bogner. Sehr schön. Machst du super. Oh, da kann ich hier alles Händler hinmachen. Die Säule mache ich weg. Und schlafen tun wir dann später oben. Ist doch voll gut. Oder hier schlafen? Hier? Ja, ne? Kann man morgens so auf die Dachterrasse... Increasing World Size. Wir haben wieder ein Permalag. Oh. Direkt vor der Hütte. Oh. Das ist ja cool. Oh, hier geht der Fluss weiter. Da können wir hier eine Brücke drüber machen. Das passt doch perfekt. Direkt geradeaus vom Haus. Zack, Brücke. Ich liebe diese kleine Welt mit den kleinen Biomen. Das ist so gut. Ist hier denn irgendwas neu? Ja, Kohle und so ist jetzt nicht neu. Aber ich glaube, im Birkenwald gibt es nicht so viel, ne? Kein Dschungeltempel. Keine Mansion. Aber wir wissen auch noch nicht so genau, ob das alles ist. Okay, ein Blumenbiom. Hier hinten die Ecke wurde auch zugezogen, ne? Oder? Also das ist doch auch neu hier mit dem Wasser und allem. Ja, ja, ja. Alles zugezogen. Unsere Welt geht nicht mehr um die Ecke. Die ging mal um die Ecke. Ein Lavasee. Die Frage ist jetzt, weil es sich mal um die Ecke ging, wo sind meine Steine aus dem Boden, die symbolisiert haben, wo die Höhle ist? Das war irgendwo hier hinten, ne? Ist da auch weitergegangen? Ist überall weitergegangen? Oh, das Portal müssen wir aufbauen. Guck mal da. Aber wurde die Frage aller Fragen beantwortet? Nein. Noch immer keine Süßbären. Das kann doch nicht sein. Guck dir das Riesengebiet an. Die muss es doch Süßbären geben. Aber sieht schon nice aus, ne? Wir müssen hier noch ausbessern. Ansonsten ist es schon cool. Und da oben muss immer noch Glas rein. Und da muss ein Kamin drauf. Sag mal, wir müssten doch schon lange genug haben, um den Verzauberungstisch fertig zu machen, oder? Also ernsthaft jetzt? Ja, das reicht immer noch nicht. Aber gut. So. Erstmal wieder Druckplatten hinter die Tür. Und dann können wir hier noch ein bisschen Erde aufschütten, ne? Damit das hier mal so ein bisschen angenehmer wird. Ja, hier muss noch eine Reihe rum. Tag 42. Dann weiß immer noch nicht, wohin mit den Tieren. Außer den Bienen. Da habe ich schon einen Plan. Wir sammeln erstmal noch ein bisschen Holz. Und dann müssen wir auch nochmal hier so in die Höhlen. Ich glaube nämlich, dass wir irgendwo Monster-Spawner übersehen haben. Da bin ich mir sehr sicher. Na, ich brauche nochmal eure Hilfe. Für den Verzauberungstisch. Macht ihr super. Ich bin stolz auf euch. Die Sonne geht unter, aber ich will nur schnell. Schnell, schnell, schnell. Ein Zombie-Villager wäre auch noch geil, ne? Weil wir haben doch einen goldenen Apfel und einen Trank. Das könnte eigentlich noch klappen. So, Zombie-Dorf-Verwohner, wo seid ihr? Ähm, was machst du denn da? Könntest du mal meine Kühe in Ruhe lassen, bitte? Danke. Hallo, jetzt sind wir schon zu zweit. Na? Alles gut hier? Oh, jetzt brauche ich ja wieder einen Honigblock. Habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht, ne? Hallo, Mann. Ihr seid Bienen. Ihr vermehrt euch immer weiter. Jetzt lass dich doch füttern, ey. Was ist denn los? Ihr kommt. Nimm meine Plume. Nimm jetzt. Aber wenn ich will, ist das der Pech gehabt, ne? So. Gibt's halt keine Bienenliebe und Stachelreibereien für euch hier. Oh, guck mal. Hier sind natürlich Bienen gespawnt. Ist ja auch cool. Weißt du, jetzt stehe ich hier rum, warte darauf, dass die Bienen da rauskommen. Und da hinten fliegen eigentlich paarungsbereite Bienen rum. So. Ich hab's gehört. Hallo? Hä? Warum? Die wollen... Warum wollen die alle nicht? Was ist denn los mit euch? Ihr seid Bienen! Aber wie ich es hasse, dass mein Inventar einfach alle fünf Minuten voll ist. Und wir müssten noch einen Weg hier lang machen zum Wüstentempel und zu dem Nether-Portal da hinten, ne? Das müssten wir auch noch machen. Das ist so friedlich in der kleinen Welt. Ich will nur bauen. Aber der scheint trügt, ne? Der Enderdrache wird noch unser Gegner werden. Und warte mal, ist bei dem Portal eigentlich eine Truhe? Ich hab nie nachgeguckt. Ich hab nie... Warum hab ich nie nachgeguckt? Truhe, 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 Truhe. Truhe? Okay, gut. Hat sich jetzt nicht unbedingt gelohnt. Na komm, kleine Biene, gleich hast du es geschafft. Das war wirklich, ich glaube, der anstrengendste Tag in deinem Leben, ne? 16 Stunden geschuftet. Die Flügel brennen. Hier, such dir einen zu Hause aus. Bitteschön. Such dir hier, da, einfach da. Blub, ja. Oh, wir haben sie nach Hause gebracht. Wir sind hier draußen schon wieder los. Die Nachbarn, ne? Ich glaube, es geht los. Warte mal, ist der voll? Der ist voll, ne? Pass auf. Wir versuchen jetzt Hit'n'Run Bee Edition. Also. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ja, 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 nein, nein, ja. Eine ist noch böse. Die andere hat, glaube ich, schon aufgegeben. Komm mal mit, komm mal mit. Hier, hier sind ganz viele Bienennester. Komm mit. Oh, sie ist wieder gut. Okay. Pass auf. Falltür. Falltür. Piep, 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 piep. Nein. Nicht da rein. Nein, 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 nein. Nicht da rein, mein Freund. Nicht da rein. Super. Super, mein grob Schmied. Zeit, die ersten Dorfbewohner zu leveln, ne? So. Zack. 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 Und schon level ab. Jetzt müssten wir Bögen kaufen, weil das bringt ja nichts mehr. So, Bogen, Bogen. Jetzt muss ich Abendbrüste kaufen. So, Leute, Feierabend. Hier noch ein Fisch, da noch ein Fisch. Ich esse auch noch einen Fisch. Oder zwei Fische. Jetzt wird geschlafen, ne? Hast du wieder? Ne, hast du nicht. Tag 45. Und was hatte ich jetzt eigentlich vor? Ah ja, genau. Ich muss ein Lagerfeuer machen und so, damit wir die Bienen auch noch hier voll kriegen. Weil, ne, drei da, drei da. Da müssen wir noch ein bisschen Stämme und Laub drüber machen. Ja, hallo. Jetzt kauf doch mal wieder Stöcke. Was ist denn los mit dir? Ich hab Stöcke. Kauf die jetzt. Du kaufst Kohle, ne? Ja, das ist auch doof. Dabei kann man hier eigentlich Holzkohle verkaufen. Da steht nur Kohle. Aber Holzkohle müsste auch gehen, oder? Äh, 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 äh. Ja. Endlich. Endlich. Armbrust und zack, level ab. Den Diamanten hätte ich gerne wieder. Ich find's immer noch so geil, dass ich einfach von hier drinnen ausräumen kann. Das ist so gut. So, was hast du? Oh, ein schöner Bogen, aber du bist immer noch nicht, äh, Max, ne? Armbrüste machen mehr Sinn. Sind ja auch Brüste. Für den Arm. Versteht sich. Natürlich. Meister. Armbrust. Pfeil der Langsamkeit. Ja gut, dann ist nur der Bogen geil, ne? Nur der Bogen ist geil. Hehehe. Das ist echt ne Müllhalde. Warte, wir könnten aber... Wir könnten... Ego, warte mal. Ich hab ne Idee. Äh, hier geht nicht, ne? Wegen den Stufen. Das ist ja doof. Ich brauch nen Mülleimer. Da. Geht auch nicht. Muss ja Sand sein. Ah, ich bin so ein Hirni. So, Tag 46. Mülleimer. So. Jetzt geht's doch. Jetzt können wir hier... Und sowas hier. Zack. Und weg. Sehr schön. Aber erst mal Zeit für nen Amboss. Und eigentlich muss der Amboss... Ja, der Amboss muss zum Verzauberungstisch, ne? Immer noch einer der geilsten Ecken hier. Wir müssen noch ein paar geile Ecken machen. Guck mal, da. So. Jetzt können wir nämlich hier... Zack, zack. Und schon haben wir Effizienz 4 Axt. Und auch zack, zack. Und schon haben wir Effizienz 4 Unglück 2. Level A. Meister. Ist das jetzt? Okay. Warum hab ich die kombiniert? Weil ich blöd bin. Ey, sind wir ehrlich. Die hat Effizienz 4. Die ist schon gut. Also die wird auch besser sein als die hier. Solange die keine Effizienz hat. Haben wir genug getradet. Jetzt müssen wir erstmal... Hier unsere kleinen Bienen fertig machen. Weil langsam haben wir ja ein paar davon. Und jetzt sieht es doch echt gut aus, oder? Finde ich mega gut. Tag 47. Und jetzt gehen wir mal... Bevor die Welt sich wieder vergrößert... Dazu über... Wirklich... Zu meinen. Also... Wir haben hier einmal Effizienz 4 und 3. Und wir gucken mal... Gegen die Diamantspitzhacke. Einfach mal so... Bab. 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 So, Effizienz 4. Gesagt ist es viel schneller. Und sogar 3. Ja, sogar 3 ist schneller. Okay, gut. Ja, haben wir doch schon mal Glück. Oh, hallo Höhle. Äh... Ja, hier ist ein bisschen Eisen, ne? So, unten angekommen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier Diamanten finden. Ich hab mich durchgebuddelt. Bis auf die andere Seite. Und nicht ein Diamant. Das sind hier irgendwo Diamanten. Sehe ich hier Diamanten? Da. Okay, ich komme. D-d-d-d-d. D-d-d-d. Da oben auch nochmal. Also... So, Strip Mine. Das funktioniert hier nicht. Und dabei hab ich das einen ganzen Minecraft-Tag gemacht. Ja, ihr seid ja geil. Wollt zu mir und verbrennt. Ich will doch nur den Diamanten. Was ist denn los mit euch? Oh, ich wäre fast abgestürzt Da ist ja ein Minenschacht Und da ist das Wasser zu Ende Alter Schwede, wir können mal versuchen Pass auf, wir können mal versuchen Wie weiß der da drüben? Ob wir das schaffen? Ich mein es Hardcore, es wäre völlig bekloppt, aber Der geht ganz hoch, oder? Ich glaube der geht ganz hoch Nein, ganz hoch geht der auch nicht Schaf, hallo Schaf Schaf hier unten Helf mir mal hoch Schaf Geil, renn weg Hey Kollegen, ich bin zurück von meiner Reise Und ich weiß, ich könnte die vermehren Aber ich will das gar nicht Weil das wäre echt zu Zu OP Wir lassen das so wie es ist Und heute Nacht werden wir uns wieder Einen weiteren Villager suchen Also Zombie Villager Wir brauchen nämlich noch einen Rüstungsschmied Sie kommen aus den Wäldern Damit der auch nicht wächst Und ein Mülleimer ist So, kann ich da Falltüren? Nein, Falltüren gehen nicht Okay Hm Kann ich ein Gemälde dran machen? Dann mach ich so Gemälde Hm, warte Andersrum Ja, das geht auch, ne? Sieht auch trashy aus Und dann noch so Und Falte drauf Das ist mein Mülleimer Dann können wir hier so Bitteschön Tschüss Alles in dem Mülleimer Aber wir haben ja Morgen Tag 50 Und da fällt mir gerade ein Warum habe ich noch nie eine Karte gemacht? Ich packe den Kartentisch mal gerade hier weg Aber Ich will ja eine Karte machen Wie mache ich denn nochmal eine Karte? Ja gut, das Google das weiß Wir brauchen einen Kompass Dafür brauchen wir vier Eisen Und ein Redstone, ne? So, Kompass Und jetzt Karten Äh, Papier drumherum Zack Und wir haben eine leere Karte Drücken wir die mal Und Oh, 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 oh Da passt gar nicht so viel drauf Auch da machen wir hier Eine große Kartenwand hin Und wir fangen mal so an Ich mein Wir müssen die Karte noch ein bisschen erkunden, ne? Na, Karte Nummer 2 haben wir schon mal Dann müssen wir darüber für Karte Nummer 3 Und ich find's irgendwie geil Mit dem grauen Rand Ah, ich muss mich beeilen Der Tag geht zu Ende Ich glaub, wir haben sogar alles Ich glaub, wir haben alles Haben wir alles drauf? Haben wir die Puh, die Welt Wird größer Und wir sehen schon, wo es größer wird Die Kuda Aber ich würde grad gern gucken Das sieht so cool aus Hier mit Tiger-Biom Wüsten-Biom Schwarzeichenwald Birkenwald Hier Eiche-Ebene Da oben das Nether-Portal Das sieht mega gut aus Und jetzt ist hier unten was drangekommen Hier Und wir sehen hier noch Die abgeschnittenen Pilze Das ist der da Der ist jetzt komplett Kollege, ich brauch mal ne Axt Dankeschön So, dann schauen wir mal Was sich hier hinten getan hat Auf der anderen Seite vom Wasser Mhm Neues Wasser Neues Wasser Eisen Okay Das sieht schon cool aus, ne? Auch ein bisschen gruselig Als käme gleich irgendwie so Ein Megalodon Und würde ich einfach weg snacken Da sehe ich Diamanten Zwischen Badrock Das ist ja mega mies eigentlich So, jetzt müssen wir mal gucken Dass wir irgendwie hier reinkommen Ohne Dass mir das Wasser hier Oh Ah, Badrock Mist Warte Ist doch irgendwie drumherum Juh, zwei Diamanten Ledermaus Ich glaub, du hast das nicht verstanden Wie das so funktioniert Als, äh Nachtaktiv Und Aber gut Ich spiel ja auch Maulwurf, ne? Und buddel mich um die Welt rum Von daher Was Wer bin ich Das zu beurteilen? Okay, nix mehr Maulwurf Wir gehen jetzt das Netherportal reparieren Und weil das schon so cool aussieht Sollten wir es eigentlich auch fertig reparieren So wie es ist, ne? Das heißt, wir brauchen ein paar Steinziegel Ein paar Gemeißelte Blöcke Zäune Das kriegen wir hin, oder? Technobienen Okay, die Sonne ist tief Wir müssen uns beeilen Da muss noch ein gemeißelter rein Und da noch eine Stufe Aber dann haben wir es Sieht nice aus, ne? Oh, jetzt aber schnell nach Hause hier Oder haben wir hier irgendwo Schafe Dann mach ich mir grad ein Bett Warte mal Da oben sind auch noch Treppen drauf Dann könnten wir da eigentlich auch noch Treppen dran machen, ne? Geht doch eigentlich Und hier in der Mitte könnten wir es auch Pass auf Wir bauen da noch ein paar Treppen ein Pass auf Hier kommt auch ein gemeißelter hin Und dann können wir immer hier Ne? Diese Zweier stellen Da können wir dann So eine Treppe Und so eine Treppe machen Und dann bekommt das ganze Ding So ein bisschen Form, ne? Das sieht doch nice aus Das sieht doch richtig nice aus, oder? So kann man das lassen Müssen wir natürlich noch für Einen angenehmen Auf- und Abstieg sorgen Da sieht ja nice aus Okay Dann hoffe ich mal Dass wir im Wirrwald rauskommen Das fände ich gut Echt jetzt? Okay, schade Äh Gut Dann können wir ja Unser Nether-Portal abreißen Bei uns zu Hause Weil das lohnt sich jetzt nicht so wirklich Nächster Tag Obsidianer bauen Dauert so ewig eh Dann nehmen wir mal unseren schönen Weg Hier runter Und schauen mal Was wir rauskriegen Als Spitzhacke Effizienz 4 Oder Haltbarkeit 3 Ich glaube Haltbarkeit Ist irgendwie sinniger Als Effizienz, ne? Ja komm Effizienz 4 Und jetzt können wir hier Kombinieren Kombinieren Zu teuer Verdammt Und dann hätten wir Effizienz 4 Und Glück 3 Das heißt Wir könnten uns mal wieder Auf die Suche nach Einen dritten Dorfbewohner machen Aber das erst in der Nacht Aber überlegen wir mal So ein Weg durch die Wüste Wäre halt ungeil Wir können jetzt hier hoch gehen Und so Oder wir können hier über den Fluss gehen So und da über den Fluss Wir nehmen einen Mittelweg Wir gehen Hier hoch Und dann hier rüber Und dann so Dahin Oder? Und hier hoch Mache ich noch straight Weil hier sollen Sollen noch ein paar andere Sachen hin Aber ansonsten So sieht man den Weg sofort Ne, wir müssen das aktualisieren Ne? Okay, hab ich mir gedacht Warte mal Dann machen wir das gerade Das müsste ja Hier Ja Müsste die sein Da sieht man den Weg schon Okay Sehr gut Sehr cool Und hier müsste auch noch mal So, Weg ist dran Aber jetzt heißt es erstmal wieder Dorfbewohner suchen Da ist einer Juhu Juhu, juhu, juhu So, dann komm Da hinten kommt noch einer Aber das ist gerade egal Du kommst einfach mal mit Und danke Bitteschön Und bitteschön Mein dritter Juhu Jetzt können wir schon mal Glück und Glück kombinieren Oh Cool Ja Cool Macht nicht mehr Sinn Es einzeln aufzubewahren Weil dann haben wir zusammen Eine Haltbarkeit von 3000 Eigentlich macht es sogar echt Sinn Es einzeln aufzubewahren Und nicht zusammenzupatschen Kein Amboss mehr Keine Axt mehr Ja Oh Oh Wir sind perfekt wiedergekommen Er wurde gerade geheilt Das läuft ja gut bei uns Hallo Der Namensschilder wäre mal cool Aber Gut Ähm Hier hin Schmelzofen machen Und gucken ob der das war Muss den nur wieder hier hinlegen Damit ich schnell genug bin So Panzermacher Ja genau den wollte ich Genau Genau Alles richtig Wie geil wäre das Wenn man den Pfeil für immer Da so stecken lassen könnte Aber dafür muss er sich ja bewegen Naja auch Skelette erzeugen mal Kunst Ich brauche noch ein paar Sätzlinge hier Ich muss nur anpflanzen Mach jetzt mal Wir haben noch nicht ewig Zeit Das ganze Getrade dauert eh schon ewig Aha Hier kommen die tollen Sachen Sehr schön Wasseraffinität Was der Affinität Okay Oh ja Ja ist ja okay Tada Endlich mal Oh schon Tag 58 Wir müssen uns langsam mal Überlegen wie unsere fertige Welt aussehen sollte Weil wir müssen uns ja auch noch Vorbereiten Oh hallo 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 Oh oh Ich will hier kein Überfall anfangen Hallo meine fleißigen Bienchen Arbeitet ihr auch schön Ich hoffe doch für euch Sonst wird es ungemütlich bei Papa Ich arbeite jetzt auch mal ein bisschen hier Machen wir den Weg mal weiter So Und dann müssen wir gleich eine kleine Brücke dran setzen So die Brücke wird ganz einfach Wir machen einfach Lagerfeuer So dann immer Zaun Tor Zaun Tor Und unter den Zäune machen wir eine Falltür Damit das so getragen wird an der Brücke Ja geht doch Fackeln drauf Ist ja auch ein bisschen rustikal Hier Laternen werden irgendwie Zu nobel Vor allem ist das voll geil Dass man sich von hier den Tempel so angucken kann Und dann geht der Weg einfach hier Gleich weiter Dann schauen wir mal wie die Brücke aussieht Danke Und Oh ist falsch da Muss also Das Das hier Auch nicht Da könnte der Weg drauf sein Hier Ah da sieht man das aber schon Sehr cool Aber ich glaube wir müssen unsere Karte schon vergrößern Weil hier Ist das was dazu gekommen ist Und es geht ja noch weiter bis hier Und hier geht es auch noch weiter glaube ich Aha Okay Tag 60 Wir besorgen mal was zu essen Und dann schauen wir mal Dass wir wieder eine Höhlentour machen Ich habe Lust mal wieder in die Höhle zu gehen Wir waren lange nicht mehr in der Höhle Wobei während der Ofen brutzelt Könnten wir doch mal gerade Unsere Glocke aufhängen So geht doch ne Ja Finde ich gut Es wird immer mehr zu so einem Schiff Irgendwie Das Haus Aber hey Wer hätte gedacht Dass es mal eine Trading Hall wird Und nicht mein Heim Da gab es in der Wüste Nicht irgendwie eine Höhle Also nicht den Tempel Sondern so eine richtige Höhle Okay Dann doch eher hier zu Hause Ich brauche nur noch ein bisschen Holz Weil ich habe keine Fackeln Aber in so Höhlen rumlaufen Ist immer super entspannt Man hofft nur mal was zu finden Bisschen wie Lotto spielen Ich habe nur das Gefühl Das war es schon Also Zehn Eisen Bisschen Kohle Juhu Oh ne Ich glaube ich habe meine Höhle gefunden Da ist ja ein Tag Pause bei der Aufnahme Wo komme ich hier nochmal raus Naja Erstmal nach oben würde ich sagen Verdammt Hilfe Ich finde nicht mehr raus Ist da wer Ja viel Spaß beim Brennen Oh oh Die Welt wird größer Und es lag 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 Ich hoffe ich sterbe jetzt nicht im lag Oh Okay Wow Wow Ganz schön viel Berg dazu Weil ich lebe Das ist das Wichtigste Dann lass mal schauen was da oben so ist Und da müssen wir die Tiere noch unterbringen Und unser Mülleimer ist nackig Das ist quasi der Hintern Hallo Mr. Chicken Warum laufen sie weg Oh guck mal da drüben Kakao Aha Aha Das ist auch gut Ach guck mal wie cool das aussieht Ne Und die Karte da hinten Boah 60 Chunks Kann halt einfach die ganze Welt sehen Ist ja geil Kann jetzt ein bisschen laggy sein Aber Was ist denn da hinten Da kommt wieder Birke Und warum ist Ist da Wasser Okay leider nichts zum Erkunden oder so Ich hätte gerne einen Dschungeltempel Ich hätte gerne Menschen Aber Jetzt bringen wir die Tiere unter Weil langsam wird es Zeit Ne Sind wir mal ehrlich Und das hier ist halt leider absolute Realität Okay Wir brauchen Einen kleinen Schafstall So Dann machen wir eine Zweiersäule so Und dann machen wir einen höher So Und noch einen höher so Ich glaube das reicht ne So einen kleinen Stall So Ein paar Falltüren So Zäune dran Einfach hier so Connected das auch Ja aber nicht damit Ah Mist So willkommen in eurem neuen Zuhause Achso ich muss hier das Das Loch noch zu machen Sonst hauen die nur alle ab hier Das sind ja so Underground Schafe Gründen so eine Techno Bewegung So hier Heißt aber auch Wir brauchen wieder einen Weg hier runter Nur diesmal können wir ihn so ein bisschen Rustikaler lassen Also ich würde den jetzt nicht so Umranden wie wir das sonst haben Ja ein bisschen Knochenmehl verteilen Das hier auch ein bisschen Scharfiger aussieht So einen kleinen Gehweg hier irgendwie so durch Damit man so sieht Hier kommt ab und an jemand rein Ja wo fertig sind die Schafe ne Ist doch schon gut Sag mal Die Nachbarn nerven wieder Ich hier Äh Guck mal da Da Ist so ein Stressball Ich benutze eigentlich nie Schweine Jetzt gehen wir sie mal suchen Weil wir wollen ihnen ein Zuhause geben Was natürlich viel besser ist Als die freie Natur Das müssen die Schweine einfach mal einsehen Hier Schwein Ich hab ne Kartoffel Na Bacon Wir sehen uns Sonntag Oh guck mal Wilder Speck Den müssen wir einfangen Wieser Minecraft Tiere Die Die Neigung dazu Ihren Kopfdurchfalltüren zu stecken Hä? Hä? Vielleicht sollten wir hier drüben noch ein Kartoffelfeld machen Tag 64 Juhu Hallo Sonne Ich hab mir überlegt Wir machen hier Machen wir Feinkostfelder hin Das heißt so schmale Streifen mit Kartoffeln Und Karotten Und Süßbeerenbüsche Wenn ich dann irgendwann mal welche habe So man kommt hier rein Dann kann man hier so rum gehen Ne Das sind dann unsere drei Feinkostfelder Süßbeeren Kartoffeln Karotten Und das Wasser reicht vollkommen aus Das heißt wir machen jetzt easy hier erstmal Kartoffeln hin Mit ein bisschen Knochenmehl sollte das gehen So Kartoffeln fertig Wir könnten hier noch so ein kleines Tor hin machen Dass man aus Meinem Grundstück quasi raus ist Und die Kühe hier Dafür bin ich nicht verantwortlich Ja? Die sind außerhalb meines Geländes Oh pass mal auf Wir machen das Wir machen das wie das Nesserportal Nur in ein bisschen kleiner So zwei gemeißelte Dann zweimal Zaun drauf Und dann rahmen wir den Spaß einfach ein So wie wir das drüben auch haben Ne? Ganz einfach Das ist doch mega Mega gut Schnell schlafen So und dann hängen wir einfach Von außen So und so Noch zwei Laternen hin Ja Finde ich gut Und jetzt würde ich mich gerne mal drum kümmern Einen großen Guten Bogen zusammen zu bekommen Geht bis Stärke 5 Ne? Boah wir brauchen echt Viele Viele Zwei mal Stärke 1 So Und So Und wenn ich jetzt den mit Unendlichkeit kombiniere Fehlen mir ein paar Level Okay Das kriegen wir aber hin Und wo kann man Erfahrung sammeln? Im End Da machen wir es schon lange nicht mehr Und außerdem brauchen wir eh noch Enderperlen Und wofür sonst haben wir diesen schönen Weg gebaut? Ich will nur in den Wirrwald So Noch Fackeln dran So ist doch schön Hier wohne ich jetzt Hallo Kollege Ja Na Alles gut Warum sind wir denn weit und breit Keinen Enderman zu sehen? Dachte ich könnte hier schön leveln Ach Da hängen die alle Ja Äh Ja Skelett Du hast den falschen angeschossen Alter Die sind alle aggro Auf das Skelett Aber wir haben 20 Enderperlen Das ist schon mal gut Leveln war das jetzt nicht Aber die Enderperlen Die haben wir schon mal in der Kiste Oh Federvall ist gut Federvall hätte ich gerne Das kommt auf jeden Fall auf die Schuhe Auch wenn es nur Federvall 1 ist Aber egal So Haltbarkeit hätte ich gerne Rückstoß schnell an Schärfe 3 Äh Dann packen wir hier eine Truhe hin Ein Labus rein Bücher rein Dann haben wir alles hier Was wir So brauchen Und jetzt gehen wir Eine kleine Zombie Piglin Farm bauen Damit wir ein bisschen leveln können Schöne kleine Ebene Machen wir ein Kleines Loch rein Du gehst erstmal weg Danke So dann kommt mal Hallo Einfach alle bitte hier rein Danke So wollen wir mal Danke Oh Upsi Oh 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 nein Nicht noch ein Gas Nein 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 Alter Schwede war das knapp Einen falschen Block abgebaut Zack Boom Warum komme ich eigentlich immer aus dem Nesse raus Wenn es dunkel ist Tag 69 Hihi Aha, 69. Wir könnten mal unsere Karte aktualisieren. Die Schafe sind noch in dem kleinen Gatter. Hat hier ganz schön was getan. Aber wir müssten eh erweitern. Wir brauchen noch ein paar Rahmen und so. Lass mal kurz da hinten hin. Ich will mal gucken. Irgendwie in diese Richtung. Na, guck mal, was da noch kommt. Alter Schwede. Warum denn so viel Birkenwald? Kein Mensch braucht so viel Birkenwald. Tag Nummer 70. Und es ist der letzte Tag, bevor die Welt wieder größer wird. Wir an der Karte arbeiten müssen. Da gucken wir gerade mal was. Kann ich die Angel hier reinhauen? Oh, cool. Ja, aber Haltbarkeit. Ja. Ja. Haltbarkeit 1. Yay. Angeln. Muss mal wieder was Entspanntes her. Was Gemütliches. Vielleicht stellen wir uns auf unsere Brücke. Mann, dein Ernst? Du verjagst die Fische? Was hast du denn Schönes? Kürbiskerne. Oh, Kürbiskerne werden auch ganz gut, ne? Die können wir schon mal kaufen. Alter, war das Angel nicht sehr ergiebig. Ein bisschen Fisch. Ein Namensschild. Und das ist, ja, schwierig. Wer ist denn der oder die Auserwählte? Aber erst mal gucken, wo die Welt wieder größer geworden ist. Wir haben nämlich Tag 71. Ach, du Heilige. Okay. Da oben auf jeden Fall. Vielleicht da hinten. Vielleicht da hinten. Alter Schwede, ist ja ein großes Stück dazugekommen. Aber wirklich ein großes Stück. Melonen! Melonen! Okay, eine neue Höhle. Das ist schon mal gut. Oh, ein richtiger Dschungel taucht auf. Vielleicht kriegen wir noch ein Dschungeltempel. Und okay, das sieht ja mal mega cool aus. Das sieht ja... Nicht springen! Spring nicht! Ach, guck mal, was da kommt. Guck mal, was da kommt. Da kommt das Stronghold. Haha. Ja, können wir das ja gleich markieren da oben. Dann wissen wir ja, wo es ist. Es könnte knapp werden, ne? Und hüpft! Okay. Oh. Aber wir wissen, das muss nicht alles sein. Wir müssen auch noch in die andere Richtung gucken. So, dann machen wir das ganz einfach. Wir nehmen jetzt die Karte mit. Die Karte. Die Karte. Und dann gucken wir, was da drüber passt. Okay, noch passt das perfekt drauf. Das heißt, wir brauchen in die Richtung keine Karten. Aber in die Richtung brauchen wir eine Karte. Ja gut, nicht so groß, aber immerhin. Mann, macht das Spaß! Nicht den ganzen Tag mit Karten im Kreis zu rennen. Das ist... Wow! Also... Wuhu! So, das ist die ganze Welt bisher. Ich weiß nicht, ob hier noch was drankommt. Aber wahrscheinlich wird das noch ausgefüllt. Also könnte ich mir vorstellen. Dann wären wir auch noch ziemlich zentral mit unserer Base. Aber jetzt mal Real Talk. Sagt doch heute keiner mehr, oder? Real Talk. Minecraft so finde ich besser, wie mit der unendlich großen Welt. Die Biome sind kleiner und genau passend groß genug. Und man hat auch das Gefühl, von etwas zu schaffen und fertig zu werden. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Gut, aber jetzt müssen wir erstmal hier unten... So, wir machen jetzt hier. Hier in die Ecke machen wir jetzt so ein Schachbrettmuster von Kürbis und Melone. Also wir haben jetzt zwei, vier... Melone, ein frei, Melone, Melone, Melone. So. In die Richtung und in die Richtung auch. Ah, das wird zu klein, ne? Damit das so ringemäßig funktioniert. Okay, da müssen wir das wirklich im Wechsel machen. Mal weg die Samen. Ich habe genug davon. Was ist die Samen weg? Machen wir es denn los? Danke. Dann hat er Knochenmehl drauf. Leider muss ich bei den Pflanzen ein bisschen warten, weil ich kann ja nur den Strunkknochen mehlen, aber nicht dafür sorgen, dass da instant ein Kürbis oder eine Melone erscheint. Aber so sieht es aus. Immer im Wechsel. Melone, Kürbis, Melone, Kürbis, Melone, Kürbis, Melone, Kürbis und so weiter. Jetzt müssen wir nur noch die Umrandung machen, ne? Dann nehme ich jetzt auch Blattwerk für. Ja, und mega gut, dass man hier so durch das Feinkostfeld kann und dann hier rüber und hier runter. Das ist wirklich gut. Das gefällt mir gut. Wir müssen aber noch eine Brücke zum Netherportal bauen. Und hier vor unserem Haus habe ich mir überlegt, machen wir eine kleine Fähre. Das heißt, wir gehen hier runter und hier kommt so ein kleiner Anlagestieg und dann würde ich gerne da hinten auch noch einen machen. Und eine Fischerhütte, weil so ab und an mal ein Tag fischen echt gut ist. Das heißt aber erstmal wieder Holz auftreiben. Und wieso ist hier ein Zweierbaum draus geworden? Ich bin verwirrt. Naja. Oh, warte mal. Jetzt müssen wir ja... Jetzt müssten wir ja hier unsere Karte wieder aktualisieren, ne? Ja, weil das ist jetzt auch unser Kürbis-Melonen-Feld dran. Das sieht immer besser aus. Ich finde das so gut. Ja, dann machen wir doch unseren kleinen Steg hier rüber. Fahren wir das Boot mal gerade weg. Machen wir einfach Eichenholz hier. Und unter Wasser machen wir Fichtenholz, damit das Ganze so ein bisschen dunkler wirkt, weil es nass ist, ne? So. Zack. Das hat schon Feeling, so. Das passt besser. Und mit ein paar Stufen, Zaun, Falltüren haben wir hier einen kleinen Steg. Ich würde hier gerne noch eine Laterne hinstellen. Und hier noch ein bisschen am Weg arbeiten. So, dass hier so ein bisschen Zaun hinkommt. Vielleicht hier noch Zaun. Hier noch Zaun. Und hier noch. Und von unserer Dachterrasse können wir sehen, wer anlegt. Das ist so gut. Vielleicht sollten wir hier auch noch so ein Tor hinmachen, wie wir das da vorne gemacht haben. Du schon wieder? Was hast denn diesmal? Das kann ich alles nicht gebrauchen. Kannst du mal nicht irgendwie geile Sachen haben? Nö. Brauche ich nicht. Geh weg. Das geht sogar so schnell, dass der Tag gerade mal mehr als halb rum ist. Und wir haben eins, zwei, drei von den Dingern gebaut. Jetzt führt eigentlich kein Weg mehr rein oder raus ohne durch unsere Tore. Wir brauchen nur noch ein bisschen Beleuchtung. Das ist halt schwierig, weil Laternen sind recht teuer, wenn man keine Eisenfarm hat. Aber warte mal. Jetzt haben wir doch noch so ein Hängeschild. Oh, ich brauche mehr Fichtenholz. Weil da können wir ja hier runter jetzt schreiben zur Fähre. Ernsthaft schreibt man das so? Ich weiß es nicht. Ich bin noch nie Fähre gefahren. Ich habe keine Ahnung. Aber gut. Jetzt gibt es ein neues Schild. Und hier drinnen ist ja wirklich der armseligste Ort. Also wir bräuchten mindestens noch einen, damit wir die Ecke noch voll kriegen. Der ganze Ort ist so schön ausgebaut. Nur hier drinnen nicht. Ja Lars, du achtest nur auf die äußeren Werte. Nicht auf die inneren. Ruhe im Karton. Ich habe schon wieder keine Laternen mehr. Ich wollte hier noch eine Straßenlaterne machen. Ja, 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 ja. Ich überlege gerade, ob wir die Außenmauer so ein bisschen, also hier die hier, ob wir die ein bisschen verändern, so ein bisschen Mauerfeel bekommt. Geht es auszuprobieren. Aber ich habe auch keinen Stein mehr. Ich habe gar nichts mehr. Ich bin nur am Bauen wie so ein Gestörter. Aber sind wir mal ehrlich. Wir brauchen eigentlich nur noch Lohnstäbe und warten darauf, dass das Stronghold komplett erschienen ist, damit wir dann endlich den Drachen machen können. Ähm, Kollege, du hast, du erwürgst deine Lamas. Ja, du hast eins schon verloren. Irgendwo eine Leine? Liegt hier irgendwo? Hier muss irgendwo eine Leine liegen. Ey, was tut er? Wie lang geht denn diese Leine? Ähm, wenn es sonst nichts ist, gute Nacht. Ey, warte. Warte. Hier? Hier? Ähm. Warte. Warte, 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 warte. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Warte. Steig mal ein. Nicht das Lama. So. Und jetzt nenne ich den Bobby. So. Komm mal mit, komm mal mit, Bobby. Okay, das geht nicht, dann müssen wir den hier einfach so platschen. Was essen Lamas? Ich fände es geil, wenn die am Steg bleiben würden. Aber bleibt der jetzt, weil der Bobby heißt? Sitzt der jetzt für immer hier? Das wäre ja mega. Ich hoffe, der D-Spot nicht. Die Lamas können wegen mir, weiß ich nicht, aber der. So, wir müssen noch den Weg zum Nesserportal fertig machen, bevor wir die Lohnstäbe holen, um, äh, Endeaugen zu machen für das Portal. Und dafür würde ich gerne Stein verwenden. Und Stein habe ich schon dabei. Nehme ich nochmal Holz mit für eine Werkbank. Und dann legen wir mal los. Ah, hallo. Für dich brauchen wir auch noch ein Zuhause, ne? Wenn ich nochmal ein Namensschild finde, nenne ich ihn KFC. Na komm, wir machen die mal ein bisschen breiter. Und jetzt ziehen wir erstmal einfach durch, würde ich sagen. Oder, ich hätte die Steinsäge mitnehmen sollen. Oh Mann, ey. So, als erstes machen wir das Außengeländer. So, eine Treppe. Da mache ich so. Dann wieder eine Treppe. Oh, schon Tag 79. Ich muss aufhören mit meinen Bauideen hier. Ich werde ja nie fertig. Ja, auf den ersten Blick doch schon mal voll okay, oder? Mit den verschiedenen Stufen. Auf den zweiten Blick würde das Ding einfach so in der Mitte durchbrechen. Ich bin der weltbeste Architekt. Ach Leute, ernsthaft bei meinem Bett? Ja, komm. Dann, äh. Oder warte. Ich schieße einfach zurück hier. Guck mal, so geht das. Ja. Hast du nicht mitgerechnet, ne? Hier. Aim-Bot und so. Ja, nicht bewegen. Dann geht mein Aim-Bot nicht. Danke. Jo, easy. Brauchen wir gleich nur noch eine Kuh, bevor wir nach Hause gehen. Aber so ist schon besser, ne? Ist nur sehr viel Bruchstein. Das unterbrechen wir jetzt ganz einfach. Mit ein bisschen Holz aus der Natur. Gibt es eigentlich nicht natürliches Holz? Jetzt nehmen wir Knöpfe. Die packen wir dann dahin, dahin, da. Das ist schon besser. Ja, es ist bei weitem nicht perfekt, aber reicht, oder? Ich würde sagen, reicht. Da laufen eh nur wir drüber. Sonst ist hier niemand. Oh, oh. Die Welt wird schon wieder größer. Oh, oh. Alter, wie weit der Mond einfach schon gewandert ist. Ich habe keine Ahnung, wo die Welt größer geworden ist. Ich glaube, in die Richtung nicht. Wahrscheinlich hinten beim Stronghold, ne? Gucken wir gleich. Jetzt habe ich erstmal hier durchgebuddelt. Und hier würde ich gerne noch so ein kleines Dach drüber machen. Das wäre eigentlich total cool, wenn man die Brücke gleich übernimmt hier rüber. Und macht hier so ein Blattwerkdach drüber. Damit man auch so schön von dieser wunderschönen, perfekten Brücke in so eine kleine Unterführung kommt. Das wäre eigentlich auch noch voll gut. Oh, cool, der Überfall. Cool, der Überfall. Komm, wir nehmen Überfall. Wir gehen nach Hause und machen einen Überfall. Überfall! Wir müssen direkt durchziehen zu unserer Haustür und die Druckplatten wegmachen. Ah ja, hier. So. Mal gucken, wo kommen sie? Welle Nummer zwei. Ja, ist doch gut jetzt. Ich bin schneller als du, obwohl du Allrad hast. Danke. Da kommen sie mit Hexen. Hallo, Hexen. Ihr kommt doch nicht rein. Hä, wie einfach das ist, wenn die Dorfbewohner eingeschlossen sind. Warum versuchen die denn alle nur an der Wand entlang? Was ist denn los mit denen? Cool, wieder da drüben. Schön mit er. Ähm, ich mag gerade sagen. Mit dem kaputt. So, ich muss mal was essen hier. Juhu, Dorffeld! Alles wieder spottbillig hier. Müssten wir versuchen, die Bögen zu kombinieren, damit ich den repariert bekomme. Weil sonst wäre es halt echt doof. Level 24. Okay, wenn ich es jetzt andersrum mache. Level 30. Okay. Ja, wir sind Level 21, ne? Die drei Level kriegen wir auch noch zusammen. Ist nicht das Problem. Oh, hier liegt da eine ganze Menge Erfahrung rum. Oh, jetzt hängen wir so richtig cool die zwei Banner auf. Das macht ja nie jemand. Nie hat jemand solche Banner an seinem Haus hängen. Nee, nee. Nee, nee, nie. Jetzt müssen wir mal gucken. Müssen die Karte, die Karte oder die Karte oder so, die müssen wir mitnehmen. Ah, wird die Map schon größer. Wusste ich es doch. Ach, guck mal. Die Ranke in den Himmel von Super Mario haben wir auch. Hä, Bobby ist einfach abgehauen? Ohne seine Lamas? Was ein Assi. Und dabei habe ich dem noch ein Namensschild gegeben. Boah, das ist mies. Das ist richtig mies. Guck mal, ich Profi mache mir jetzt Glas. Um endlich mal dieses Loch hier zuzumachen. Der Durchzug nervt langsam hart. Ja, ja, so. Endlich. Aber bevor wir ins Bettchen gehen, haben wir die Karten hier reingepresst. Oh. Oh, oh, oh. Oh, ist das auch alles noch gewachsen? Okay. So, Brücke fertig machen. Da sehen wir sie schon auf der Karte. So, und die Überlegung ist ganz einfach. Wir machen hier gemeißelt, da gemeißelt. Und dann machen wir die hier raus. Und dann machen wir normal gemeißelt, normal gemeißelt. Nein. Und eins weiter machen wir. Falltür, Falltür. So. Und komplett sieht es dann so aus. Ist eigentlich ganz cool, ne? Und die Überlegung ist, dass wir dann hier immer eine Mauer drauf machen. Mit einer Treppe drauf. Und dann machen wir immer Falltüren dazwischen. So, mit noch ein bisschen Laub dazu. Sieht das Ganze echt nice aus. Kann man ja richtig, richtig gut so... Lalalala. Hallo. Das ist ja schick. So, jetzt noch schnell was zu essen. Und dann ab in den Nässer, würde ich sagen. Ach komm, wir haben nur noch 16 Tage. Wir haben keine Zeit. Hier, nimm das Brot. So. Ich bin so doof. Weißt du, ich baue schöne Brücken und Wege. Und renne einfach quer durchs Feld. Ach ja. Schön sieht das hier aus. Schön. Ja, ja. Müssen noch den Weg weitermachen bis zum Portal, ne? Oh Gott, die sind ja direkt aggro auf mich. Warum? Warum sind die direkt aggro? Ich habe noch gar nichts gemacht. Jetzt habe ich aus Versehen meinen letzten Pfeil verschossen. Oh, nö. Ja, komm. Ist der Pfeil drin? Nein, natürlich nicht. So, jetzt muss das aber reichen. Super. Nochmal repariert. Perfekt, um jetzt Lohn zu farmen. Und auch später den Drachen zu killen. Aber vorher gucken wir nochmal. Haben wir noch irgendwas, was wir erledigen müssen? Ja, okay, die Map. Aber so an Baustellen. Ich glaube nicht, ne? Wir haben unsere kleine Anlegestelle. Wir brauchen nicht unbedingt eine zweite. Wir haben den Weg bis zum Nether-Portal fertig. Ich finde, man könnte noch so ein bisschen den Tempel vielleicht ausbuddeln. Und Feuer drauf machen. Das wäre, glaube ich, ganz geil. Warte mal. So, jetzt gucken wir mal, wie das aussieht, wenn wir den hier ein bisschen ausbuddeln. Wir müssen noch einen tiefer, ne? Okay. So, drei breit ausbuddeln. Jetzt könnte man hingehen und könnte sagen, so, okay, man macht vielleicht hier irgendwie so ein Gerüst. Drei hoch. Da. Und da. Okay, ich brauche eindeutig mehr Zäune. Aber wir können gerade mal das Dach anzünden. Da wäre ich mal voll dabei. Warte. Ja, voll gut, ne? Wir brauchen nur viel mehr Zaun. Also wir müssen den hier richtig so einpacken. Aber nice. Finde ich voll gut, die Idee. Einfach mal so ein Archäologie-Projekt draus zu machen. Als wäre es freigeschaufelt worden. So, dann stellen wir hier noch so ein paar kleine, ich sag jetzt mal, Unterstände hin. Dann noch ein Bettchen dazu. Vielleicht stellen wir das, stellen wir es so hin. Und die Werkbank machen wir hier hin. Ja, ne? Kann man machen. Finde ich mega gut. Hallo, Schweinchen. Hallo, ihr zwei Schweinchen. Aber jetzt mal die Karte wegmachen und gucken, wie das aussieht. Und dann wirklich zu den Lohen. Äh, Lohen, Lohen. So. Ja, cool. Der hat voll die Outline bekommen. Aber cool. Gefällt mir gut. So, bisschen Erde mitnehmen. Und dann geht's jetzt Lohnstäbe sammeln. Sind die immer noch sauer? Ich hoffe nicht. Was ist das hier eigentlich für ein ungleiches Paar? Sag mal. Warum ist der gar nicht aufgeregt? Ist ja lustig. Bam. So, jetzt zeige ich dir mal, wer hier besser schießen kann. Aha. Danke. Und nochmal. Ey. So. So, der Trick ist jetzt ganz einfach. Wir versuchen das schnell zuzubauen. Oh Gott. 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 Ey, ich komm gar nicht da rein. Ist ja schlimm. Ey, was ist denn da drin los? Ey, ich mach das einfach so. Tontauben. Schnell hier rein. Ich muss da eigentlich so ein Spawn zubauen und einfach die ganze Zeit immer die neuen Spawns killen. Aber wir haben schon 14 Lohnrouten, ne? Das sollte eigentlich reichen. Ja, komm, reicht. Wir gehen. Ja, völlig krank. Und schon wieder Nacht. Ich komme niemals tagsüber aus dem Messer. Ähm. Hallo? Ja. Und. Einfach auf den Meter, ey. Guck mal da. Den holen wir. Boot. Tag 88. Bietet sich ja an. Tag 88. Da gehen wir gleich. Wo ist der hin? Wo? Wo ist der? Hä? Der war doch gerade hier. Erzähl mir doch nichts. Der ist doch jetzt nicht gespawnt. Der war voller Monturen. Der ist nicht verbrannt. Wo ist der hin? Der stand doch hier. Ich hab den doch gesehen. Was soll das denn? Ja, okay. Pass auf. Dann. Ich finde. Guck mal. Wir haben oben links was. Wir haben relativ mittig was. Wir brauchen unten rechts noch was. Was passt da oben hin? Ein Turm. Ich finde einen Turm. Ja, wir könnten auch ein Leuchtfeuer zum Beispiel machen. Aber ich hab keinen Bock auf Leuchtfeuer. Hä, Bobby? Bist du wieder da? Nein. Ist nicht Bobby. Bobby hat sich einfach verdrückt. Sag mal deinem Zwillingsbruder, dass er echt voll mies ist. Ich frag mich ja wirklich, ob wir noch einen Dschungeltempel oder so bekommen. Es wäre zwar super spät. Aber es wäre trotzdem cool, wenn wir noch sowas bekommen würden. Dschungeltempel. Tempel. Hier, guck mal. Hier mach ich den hin. Hier, das finde ich gut. Dieser kleine Zipfel hier. Da würde auch noch gehen. Aber hier finde ich, glaube ich, besser. Sondern wir machen hier vorne in die Eingangstür hin. Und einfach so eine Leiter immer weiter da runter. Einfach so den Berg hochklettern muss. Finde ich irgendwie lustig. Aber die Mitten, die Mitten werden ersetzt durch Steinziegel. Dann ein Ringbruchstein. Der wird nämlich eh unterbrochen mit Holz. Deswegen können wir ruhig Bruchstein nehmen. Okay, jetzt muss ich wirklich da runter, weil ich hab keinen Stein mehr. Und da unten haben wir ja so ein Loch, wo wir Stein sammeln. Also gucken wir mal, ob 36 Leitern reichen. Nein, ein paar brauchen wir noch. So, den Turm mit Holz unterbrechen ist einfach mal. Einfach hier so ein Stamm. Und da so ein Stamm, damit das so aussieht, als wäre das so ein Holzbalken durchgezogen. Der für so ein bisschen Stabilität sorgt. Und hier oben machen wir Zinnen. Okay, vielleicht soll ich Knöpfe nehmen. Das sieht zu brutal aus. Also das sieht irgendwie so... Das sieht halt wurstig aus. Tag 90. Und so langsam... Das macht der Creeper da unten weg. So langsam stellt sich so eine... Ich fühl mich so ein bisschen verlassen. Also... Es sind noch 10 Tage und... So langsam ist es einfach, dass man runter will. Von dieser Insel. Von dieser komischen... Ich weiß nicht, was für eine Insel. Aber ich bin auch schon über 20 Stunden in dieser Welt. Was ja echt eine lange Zeit ist, wenn man bedenkt, so für ein Game. Wenn man sich einfach so ein Game kauft, dann ist das echt schon viel Playtime. Aber weil wir kein Gurkenverein sind und die Show hier durchziehen, machen wir jetzt noch... So, eine kleine Flagge. Von hier wacht man über unser Land. Ich kann halt wirklich die ganze Map sehen. Das ist mega cool. Der Tempel, also unsere Ausgrabungsstätte, die Brücke, das Netherportal. Mega. Hier, mega cool. Nur schade, dass man die Karte nicht sieht. Aber, mega gut. Würde ich nur noch gerne ein Lagerfeuer irgendwie unterbringen. Vielleicht... Äh, ja, okay, hier kommt man nicht. Ähm, ja. Warte, so. Warte, 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 ich brauche noch eine Truhe. Die stelle ich dann irgendwie da hin. Ja, am Feuer sitzen, Truhe. Ja, nice. Jetzt muss noch ein Heuballen dahin, damit das ein bisschen höher qualmt. Aber wir müssen nach Hause. Oh, ja, ja, wir müssen nach Hause. Oder warte mal, da ist ein Schaf. Finde ich irgendwo noch ein Schaf. Habe ich noch eine Schere? Wo ist meine Schere? Warum habe ich keine Schere mehr? Die Welt ist wieder größer geworden. Tag 91. Und das kann doch nur hier hinten sein, oder? Also mal ernsthaft, kann nur hier. Warte, ich nehme gleich die Karten mit. Puh. Du bist kein Schaf. Da wird die Map schon größer. Aber war nichts Spannendes dabei, leider. Und hier geht es auch nicht weiter. Bisschen. Aber wir könnten die Map noch markieren, ne? Mit Bannern. Wo hinschreiben, wo was ist. Bine, willst du auch mal gucken? Hier, wo du wohnst? Guck doch mal. Guck mal, da ist unser Verzauberungstisch. So klein, ne? So. Tag 93. Hier, mal wieder schön nackig machen, Schafe. Danke. Gewohnen Abonania. So, und jetzt gucken wir mal. Wir verstecken das irgendwo bei uns zu Hause und machen mit der Karte Rechtsklick. Verstecken das einfach hier. Das ist auch so. Mach den Mülleimer mal weg, ne? Der ist halt hässlich. Sind wir mal ehrlich. Der ist hässlich. So, weg. 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 Abonania. Finde ich cool. Da brauchen wir den Tempel noch, das Tor noch, den Turm noch. War klar. Einfach von ganz allein. Weißt du, wenn du es nicht willst, renn die von ganz allein da rein. Ja, war... Ja, ja, komm. So. Höllenpforte. Ausgrabungsstätte. Das ist aber sehr klein, ne? Also, das ist schwer zu lesen. Abonania. Und ich habe hier noch einen kleinen Steg gemacht mit dem Gehweg. Turm der Wahrheit. So. Das sind die vier großen Punkte hier in unserer Welt. Finde ich gut. Gefällt mir echt gut. Tag 94. Und wir haben eigentlich nur noch eine Aufgabe. Und zwar den Enderdrachen. Dafür müssen wir uns was vorbereiten. Aber ich möchte noch was anderes machen. Federfall auf die Schuhe. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Weil ich sterbe sehr gerne beim Enderdrachen, indem ich runterfliege. Aber ich möchte kurz mal recappen, wie ich die 100 Tage fand. Und dabei lasse ich 5 Tage schnell durchlaufen. Das 100 Tage Video hat mir unheimlich viel abverlangt. Es waren alleine um die 25 Stunden Aufnahme. Das Cutten hat nochmal gute 50 Stunden gedauert. Also es war sehr, sehr aufwendig. Ich kann verstehen, warum die meisten 100 Tage Videos auf YouTube gefakt sind. Aber das ist auch nicht schlimm, oder? Ich meine, als Zuschauer wollen wir unterhalten werden. Und da ist es egal, ob es gefakt ist oder nicht. Ist natürlich die Frage, werde ich in Zukunft 100 Tage Videos machen und faken? Nein, werde ich nicht. Aber ich werde nicht zwingend immer 100 Tage machen. Ich fand nämlich das Problem hier bei dieser Welt, dass mit der Zeit, gerade so die letzten 20 Tage, man angefangen hat, sich Aufgaben zu suchen. Weil die Idee der Map halt so ein bisschen sich ausgelaugt hat. Deswegen möchte ich für Zukunft nicht sagen, die Videos müssen immer 100 Tage haben. Sondern diese Videos haben ein Ziel. Meine nächste Idee ist, auf einer Insel gestrandet. Und das Ziel ist, eine gewisse Zeit lang zu überleben, bis ich als Schiffsbrüchiger gefunden und abgeholt werde. Das sind dann keine 100 Tage. Das sind 50 Tage. Das sind vielleicht 63 Tage. Oder das sind vielleicht auch einfach nur 39 Tage. Das ist ja egal, es geht eher darum, dass die Idee rund sein muss, dass die Idee ein bisschen anders sein muss. Und das, finde ich, ist eigentlich wichtiger. Für mich jetzt, für meinen Erstversuch von einem Video dieser Größe und diesem Aufwand, glaube ich, ist es ganz gut geworden. Aber wir könnten da noch einiges, einiges rausholen. Und das müsst ihr mir unbedingt mal in die Kommentare schreiben. Überhaupt, ob ihr Bock habt auf mehr solche Videos. Ob ihr Bock habt oder Ideen für solche Videos. Was man besser, schlechter machen kann. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, gehen wir zum Enderdrachen. Tag 95. Wir müssten eigentlich mal los zum Stronghold. Ich mache mal gerade noch, guck mal hier. Wir können noch ein bisschen, ein bisschen Essen machen. Ach komm, wir suchen schon mal das Stronghold. Ich habe auch extra ein Bett mitgenommen. Dann können wir das gleich vor der Tür parken. Und dann schauen wir mal. Ähm. Ich hätte es gerne wieder gehabt. Manu? Wie gemein ist das denn? Aber warum denn immer? Warum denn in die Richtung? Da ist doch nichts. Ich habe nichts gefunden, aber eine Idee. Lass doch mal von hier werfen. Nicht von da, wo wir irgendwo dachten, da haben wir es mal gesehen oder so. In die Richtung? Krieg ich das? Ist es kaputt gegangen? Ich bin verwirrt. Warte. Tag 97. Und ich muss gestehen, weil ich so verwirrt bin von den Enderperlen, habe ich so ein bisschen geschummelt und nochmal in die Aufnahme reingeguckt, wo wir das gesehen haben. Und hier bei unserem Turm hatten wir irgendwie so das Stück hier generiert. Und dann war hier vorne, irgendwo hier war die Kante drin. Also irgendwo hier, das war alles noch nicht generiert. Und da unten konnten wir das sehen, glaube ich. Also ich buddel jetzt einfach mal irgendwo hier runter. Machen wir mal hier. Ist egal. Komm, wir machen mal hier. Weil ich vermute, dass das in diesem Raum hier unter uns ist. Aber da wir nicht gerade runterbuddeln dürfen, ne, einmal auf die Mitte von zwei Blöcken. Und dann gucken wir mal, ob wir was finden. Aha. Habe ich doch gut geschätzt. Okay, es ist ziemlich kaputt. Gehen wir mal in die Richtung hier, ne? Ja, da, da. Habe ich gehört. Aber ich will nicht noch tiefer. Ich hasse mehrere Etagen. Immer erstmal die Etage abklappern, wo wir sind. Okay, Ende. Ach, herrlich. Und hier? Nicht Ende. Okay, gut. Wer soll sich hier denn nicht verlaufen? Wir kommen da ne Treppe runter. Hier geht's ne Treppe runter. Da drüben geht's ne Treppe runter. Hier geht's wieder ne Treppe rauf. Es ist einfach maximal verwirrend. Oh! Oh, oh, oh! Maximal verwirrend. Hallo? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Lava ausmachen. Fackel. Fackel. Das Bettchen wie bei Harry Potter. Unter die Treppe. Und wir haben Tag 97. Und das ist mein erstes riesen Hardcore-Ding. Und ich bin einmal gestorben. Tatsächlich einmal ganz blöd gestorben. Hier seht ihr's. Oh! Ja, ich hab's rückgängig gemacht, weil ich hatte wirklich keine Lust an Tag 51 von vorne anzufangen. Zum Thema. Ja, ich finde, man kann das entschuldigen, weil sonst müsstet ihr noch ne Woche auf ein Video warten. Aber ich werde in Zukunft mehr aufpassen. Tag 98! 99! Uff, ich will nicht sterben, aber ich kenne mein Glück. Äh, ja, los geht's. Da sind wir. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Erstmal gucken wir, da oben kommen wir dran, ne? Jep. Da oben auch. Hallo, Drache. Yes! Yes! Läuft doch gut! Viel zu gut! Er ist gerade... Da fliegt er. Warte, ich versuch mal gerade. Einfach so schnell ein bisschen hochbauen. So. Yes, jetzt hab ich's. Ich glaub, jetzt hab ich alle. Oh, er kommt runter, er kommt runter, er kommt runter. Er kommt runter. Öh. Öh, er war kurz weg. Keine Ahnung. Okay, ich treff ihn, aber der Shader backt irgendwie rum. Ich bin verwirrt. Ah, komm. Und... Weg jetzt mit dir. Öh. Öh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Gott sei Dank, hab ich nur Enderperle gehabt. Und... Bam! Bam! Juh! Oh nein, ich hab einen Enderman angeguckt. Ähm. Das Ei ist ins Portal gefallen. Ist das jetzt... Ist das jetzt drüben? Komm, ich spring auch rein. Aber ich hab immer noch keine Ahnung, wo das Drachenei abgeblieben ist. Ach, guck mal da. Was verstecken die denn alle unter meiner Hütte hier? Was ist denn los mit euch? Ah! Drachenei! Ah! Das können wir sogar hier stehen lassen. Das steht ja super da. Das ist ja wie gewollt. Ich bin so stolz auf diese Welt. Ich glaub, das wird mit Abstand mein Lieblingsvideo. Und Welt. Jetzt warten wir nur noch auf Tag 101 und gucken, ob die Welt größer wird oder noch irgendwas passiert. Und wenn wir auf unserem Dach stehen und wir haben eine Sichtweite von 23 Chunks, dann können wir alles sehen von unserem Turm über unserer Base, den Tempel, das Nether-Portal. Tag 101. Nix ist mehr passiert. Ich verlinke euch das Datapack unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.